vielleicht sogar mit ton jetzt sind wir glaube ich auch zu hören theoretisch ich muss das licht noch wieder ein stückchen drauf machen das ist ja echt heftig hier es ist wieder der das mit dem planen nicht so drauf hat eigentlich beginnen wir hier 18 uhr pünktlich ne ja ich glaube da ist noch was am zwitschern kann das sein auch noch weg ich sag ja komplexer weniger komplex wird es echt nicht aber was macht das so so dann kann ich jetzt hier noch ein bisschen pass mal auf flutlicht achtung es ist echt komisch also ich sehe hier auf dem auf meinem monitor sehe ich ein anderes bild als hier was vom stream zurück also du hast natürlich jetzt hier ein leichten lag drin was du jetzt bei diesem doppelfenster machen kannst wir haben ob es ninja wenn du jetzt groß machen das ist schon klar das rechte groß machen aber dass das bild von mir sieht halt tatsächlich entsättigter und kontrastreicher aus als das was ich auf der kamera sehe dann wird das unterwegs irgendwo ein bisschen vermingelt vermatschelt was grebe ich denn hier von dir das jetzt natürlich warte mal lass mich mal kurz gucken boris capture naja das ist halt jetzt ein windows capture von dem elektron window das ist das na klar und da kann natürlich schon irgendwo was bei kaputt gehen ich weiß halt nicht was in die aufzeichnung kommt ob ich jetzt hier noch mehr sättigen sollte warum ist das jetzt verschwunden jetzt ist er wieder da kann ich denn hier noch den da sehe ich jetzt so ein bisschen aus wie eine leiche muss ich gestehen ja ja das ist das was ich kriege von dir also ich sehe es auch im bildschirm so also das was nachher im obs land du siehst das auf dem bildschirm okay ja ich sehe das auf dem bildschirm dann gucken wir mal dann müsste ich dann schauen wir mal ich habe ja noch ein paar parameter an denen ich drehen kann aber ich finde das sieht ja also boris sieht fahrt aus sagt der frank ja sag ich ja sieht fahrt aus finde ich also ich meine passt das nicht ich meine ich habe ja immer so eine leichenhafte farbe aber auch nicht so du müsstest halt dann vorher so wie ich in die maske gehen und kriegst du noch so ein bisschen puder und extra farbe und dann ist alles gut so wie ist es denn jetzt frank ist das jetzt besser also jetzt hier auf dem kontroll monitor ist das schon fast so wie damals bei den großeltern wenn die am fernseher halt den kontrast und die farbe hoch gedreht also auch jetzt was ankommt ist nicht mehr ganz okay ich sagte dir ja vorhin bei dir kommt deine haut kam so auf stufe sieben an ungefähr und deshalb so eine halbe blenden stufe runter darfst du auf jeden fall noch dann wird es auch ein bisschen gesättigt dafür stehst ja jetzt war es okay so lassen so lassen bitte herr ninke muss man immer im vergleich sehen chris ist zu rot ihr mal mit euren finde ich gar nicht ich könnte auch noch ein bisschen grün von anderen seiten als gegenpol und dann das ist immer immer alles geschmackssache it is all matter of taste na gut dann nehme ich halt noch ein bisschen was runter moment ein bisschen was so weiß abgleich live live weiß abgleich verarbeitung moment so ja wie ich mir ich mag das so mit richtig gesättigter farbe vielleicht bin ich auch vorhin einfach irgendwie 50 stockwerke hochgerannt und bin deshalb rot grau karte braucht kein mensch das hilft hier in diesem fall auch nicht weil wenn ich das war vorher eingestellt korrekt und sah hier auf meinem kontrollmonitor auch korrekt aus aber offenbar ist das was hier durchs internet bei chris ankommt von mir irgendwie anders da stimmt ne red knight die tür ist nicht gerannt aber das ist eine warme lichtquelle die hier auf die türe geht ne so ist ohne und das ist ne warte mal so das ist einfach ein warmes licht nach hinten das ist absicht fohle absicht soo tut das mit dem browser schawupp oh mach mal ein bisschen das fenster die fenstergröße anpassen hm 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 ja so ungefähr auuuu auuuu hm machst du da was tust du was tut der blues hm 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 . hm 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 also hm 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 noch mal. Jetzt geht gerade richtig Datenmenge raus. Aber warum? Ich schicke dir nämlich gerade echt nicht so viel, aber irgendwas pumpt da gerade Daten aus. Moment. Das ist nicht ganz Chlor. Ah, jetzt geht's wieder runter. Das kann also sein, dass irgendjemand hier, irgendjemand anderes hier im Haus gerade Sachen hochlädt. Also ein anderer Rechner. Es ist halt dunkel, die Ecke. Kann ich nicht ändern. Es ist auch okay, wenn deine Ecke dunkel ist. Solange in der in der dunklen Ecke nicht irgendwo dann plötzlich so so zwei glühende Augen auftauchen. Ja, du lachst. So. Wie ist denn das Lautstärkeverhältnis, Boris und ich? Kann mal, äh, darf, möchte mal jemand. Also normalerweise sitze ich hier und spreche da einfach mal so drüber. Ja, und ich spreche ja hier drüber. Warte mal, Moment. Dann müsste ich den noch mal. So. Also. Warte. Das ist jetzt hier, das ist wegen meinem Aufbau hier ein bisschen. So, jetzt sehe ich auch die zwei Mieter direkt nebeneinander. Also. Sag doch du noch mal was, Boris. Ja, jetzt sage ich auch noch mal was. Na, du bist eigentlich ein bisschen leiser als ich, oder? Bin ich leiser? Was meint die, äh, die Gemeinde? Und, äh, ist egal, ob Audio-Stream oder Video. Das war beim Video sind wir allgemein ein bisschen zu laut. So ist besser. Ähm. Ja. Audio-Stream, Video, das ist der gleiche Sound. Lautstärken passen. Hm, schön. Okay. Dann kann ich, dann kann ich mich hier drei dB höher aussteuern als dich und wir sind immer noch gleich laut. Interessant. Na, perfekt. Ja, perfekt ist anders, aber. Hm. Äh. 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 Oh, du, ich hab wieder hier, Kampf mit dem, Kampf gegen den Heuschnupfen hier. Was mir heute die Augen gebrannt haben. Äh. Und husten musste ich heute. Was tust du da? Ich setz hier noch ein Kantenlicht. Das ist, ja, hey, also ich mein, ich will jetzt tatsächlich niemandem zu nahe treten, aber, äh, wenn da, wenn dann richtig. Wenn dann richtig. Das ist ja das, was mich so annervt hier mit der Videokacke, weil wenn ich fotografiere, wenn ich jetzt ein Foto setzen würde hier mit Strobist und so weiter, wüsste ich ziemlich genau, was ich hier mache. Also mal abgesehen davon, dass es in der Ecke einfach überhaupt keine Abstände sind. Das ist also auch mit Blitz hier schwierig. Aber ich würde ja ein gewisses Foto machen wollen mit einem gewissen Look und den möchte ich natürlich eigentlich auch im Video hinkriegen, aber da fehlt mir noch Ausstattung dafür. Tja. Es ist, alles in Ordnung. Wegen mir kann man das so lassen. Musst gar nicht besser aussehen. Das ist schon in Ordnung. Von, von da hinten, da, von, von da kommt ja jetzt ein Kantenlicht und von da jetzt auch. Aha. Von da kommt das Hauptlicht und von da kommt der Aufheller. Von da. Hauptlicht, Aufheller. Also vier Lichtquellen jetzt eigentlich. Äh, eins, zwei, drei, vier. Vier Lichtquellen. Ja. Und hier. Man sollte es nicht glauben, aber es sind vier Lichtquellen. Hier möchte ich eigentlich noch so ein Practical Light haben, weißt du? So eine, so eine große Edison-Birne oder sowas. Ich könnte ja hinten noch so eine Lichterkette, also so eine cheesy Influencer, Insta-Influencer Lichterkette irgendwo nach hinten hängen in den, in den Bokel. So, Schärfe. So viel Glanzlicht auf der Stirn, Moment. Guck mal, ich kann auch unscharf. So ist es scharf. Scharf genug. Keine Beschwerden. Jetzt ist es okay, Bo. Das ist in Ordnung. Für heute muss das reichen. Ich habe auch kein Anti-Glanzpuder heute drauf. Ich auch nicht. Fenster müsste ich noch zumachen, sonst könnte es laut werden. Moment. Ah, die Rasenmäherei. Die Rasenmäherei. So, Herr Fiene sagt jetzt, du seist leider. Ich vermute, er meint leiser. Leiser. Pass mal auf, Moment, Moment. Jetzt, sag noch mal was. Also du, du kommst relativ kräftig hier rein, muss ich sagen. Ja, das kann, was ist denn hier? Also der Input. Also stört mich nicht, aber ist halt so. Ich kann dich hier auch runterregeln. Ne, 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 ne. Der Input passt so. Ich schicke dir das, was ich dir immer schicke. Und du schickst mir. Okay, dann entschärfe ich dich hier ein bisschen. Ja, kannst du machen. Wir sind jetzt ungefähr gleich laut. Wo habe ich dich denn eigentlich hingepackt? Sprechst du mal, dass ich dich mal kommen sehe? Ja, ich bin hier am Sprechst. Links, rechts, Test mit Zappellichtern und Meters, Poliometers und so. Sag mal was Lautes. Ja, dann bin ich jetzt mal ein bisschen, ein bisschen kräftiger. Okay, da hast du übersteuert. Da hast du übersteuert, aber das ist okay. Wer macht denn das schon? Wer besteuert denn schon? Wer redet denn hier schon über Steuern? Hör auf, ey. Was meinst du, was bei uns in der Firma gerade los ist mit diesen Mehrwertsteuersatz-Geschichten? Du meinst den reduzierten Mehrwertsteuersatz? Ja, das weiß ich auch noch nicht genau, was ich da tun soll. Ja, weil vor allen Dingen, wenn du Projekte laufen hast, also unsere Kunden, wenn die Projekte laufen haben, die ja über den Zeitraum hinweggehen und dann eine Vorauszahlung geleistet haben für Dinge, deren Leistung vor der Umstellung stattfinden und ein Teil für Dinge, die nach der Umstellung stattfinden und das Projekt endet aber erst im neuen Jahr und das muss alles berücksichtigt werden bei Gutschriften, bei uns so weiter und ach, ich hab keinen Pre-Show-Push gemacht und mir hat's keiner gesagt. Ich finde, die lassen alle nach. Echt? Dein Fokus ist übrigens lahmarschig. Ja, der ist ja auch auf lahm eingestellt. Weil er sonst zappelt, oder? Ja, vermutlich. Wolltest du jetzt nicht noch eine neue Aufgabe ermitteln? Das hast du doch vorgehabt, oder? Scheiße, hab ich vergessen. Tut mir leid. Na, mach ich das jetzt. Komm, das machen wir jetzt aber noch. Ich mach das schnell. Moment. Ich wollte das eigentlich machen, bevor ich losgegangen bin und hab's dann doch vergessen. Überall der Technik macht ja nix. Und los. Hustle. Geht das jetzt hier eigentlich über den Limiter? Ne, ich hab das noch nicht über den Limiter gepackt. Sollte ich das vielleicht noch tun? Nur so zur Sicherheit. Ähm, ich mach das mal. Moment. Weil wir doch jetzt alle beide hier relativ lautstark reinkommen. Der ist auf la la la. Minus 0,2 dB. Ja, das passt so. Das passt so. Ne, unser Ausgangssound geht jetzt über den Limiter. Äh, ja. Ähm. Ich bin. Ich glaub, wir sind, oder? Können wir? Wollen wir? Ähm, ja. Sehr gerne können wir. Können. Können. Können, 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 Können. Dann mach ich mal hier eins noch weg. Wir sind live zu hören. Ach stimmt, da war noch was mit Twitter. Aber jetzt ist eh mal. Äh, äh. Jetzt live. Ich mach mal den Stream-Push auf live gleich. So. Zack. Und dann los. Äh. Auf sie Plätze, fertig, los. Haben wir einen Kurzlink für den Livestream? Ähm, happy shooting. Ding, ne, warte mal. Ähm, ja, nee. Haben wir nicht. Äh. Soll ich noch kurz einen machen? Warte mal. Dann mach ich mal kurz hier YouTube. Äh. Hast du dich wieder lauter gemacht? Nö. Nö. Äh, nö. Hab ich nicht. Ich hab nichts geändert. Unglaublich. Hat sich gerade was geändert? Bei dir? Ja. Test 1, 2. Hm. Nö. Ich bin vielleicht ein bisschen näher angegangen. Ja, ja, das sowieso. Ja, ja, wahrscheinlich. Alles klar. Das sowieso. Keine Mikrodisziplin. Ne, heute nicht. Äh. Heute kann ich nicht mit Mikrodisziplin. Nicht mal mit Makrodisziplin. Geht gar nichts. So. Jetzt machen wir da kurz einen Link drauf. Moment. Ähm. Einen Kurzlink. Und zwar machen wir den. HS666. Live. Heißt der? Also, tfttf.com Slash HS666. Ich poste den mal kurz nochmal hier in den Slack. Dann kannst du da einfach mal dir den rausziehen. Aus dem Slack. Ja. Ah, so ein eigener Link-Shortner ist schon. Huch, warum hat denn der jetzt ein komisches Titelbild? Das ist das falsche Titelbild, aber. Das ist das 665-Titelbild. Ähm. Aber warum? Das 666 gibt's ja noch nicht. Ich hab da, ich hab da ein anderes, äh, Thumbnail genommen. 28 live. Ne, das ist schon live. Komisch. Falsches Titelbild ist mir jetzt ja auch egal. Ist auch völlig Wumpe. Ist Wurscht. Völlig in die Wumpe. Dann gebe ich dem Ding jetzt hier noch einen Dateinamen, Baby. Mach das. 666. So. Alles klar. Dann sag ich mal, äh, dann mach ich jetzt mal den Sprecho-Badge weg. Peng. Und los. Die heutige Folge wird euch präsentiert von... Jimdo und enjoy-kamera.com. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Mein Licht ist gekommen. Das ist toll. Du bist jetzt... Jimdo ist ein Teil davon. Du bist jetzt von vier Seiten erleuchtet. Hast aber so ein bisschen das Fluglicht bei dir, oder? Es ist, äh, hell. Ich brauch den Filter. Und hier sind eure Moderatoren. Boris und Chris. Ein Filter. Der Minister hat Sonnenbrille hier. Ein Filter. Ja, ich muss jetzt einen Filter hier vor die Kamera packen. Ich hab jetzt einen ND8-Filter hier vor. Weil du zu viel Licht hast. Ja, ja. Und das mit Dauerlicht. Das ist komisch. Mit Dauerlicht. Ja, das ist tatsächlich so. Also, wenn du die Blende halt aufhaben willst. Ich hab jetzt nicht mal die Blende 1.2, die ich könnte, sondern 1.4, um noch ein bisschen Licht wegzunehmen. Ja, tatsächlich sind die Lampen. Das ist eine schöne große Fläche, die ich hier habe. Das ist wunderbar. Ich wollte eigentlich mit zwei Flächen und verschiedenen Helligkeiten arbeiten. Aber diese eine Fläche ist auf der niedrigsten Stufe mit nur einem Satz LEDs. Also nur die, wie sagt man, die kühlen LEDs, also die bläulichen. Nur mit denen alleine ist es auf niedrigster Stufe so hell, dass ich hier nur mit Tricks die Blende aufhalten kann. Ich warte aber auch noch auf die Softbox. Die schluckt ja auch noch ein bisschen Licht. Also da soll eine Softbox mit Wabe hin. Im Augenblick streut das hier noch überall hin. Das heißt, du hast dir jetzt quasi so eine Lichtfläche geholt, die normalerweise bei ARD im Hauptstadtstudio installiert ist und irgendwie ein riesiges Studio ausleuchten muss. Ja, die ist gar nicht so groß. Ja, gar nicht so. Aber sie ist schon groß. Und sie ist vor allen Dingen hell. Hell. Was soll ich sagen? Hell. Apropos hell. Apropos hell. Wir haben ja hier heute Folge 666, also the episode from hell quasi. Ja. Pun intended. Oh, 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 oh. Aber wir haben nichts vorbereitet. Es wird weder Sinister noch sonst was. Du übersteuerst ein klein wenig. Ich übersteuer ein klein wenig? Kann nicht sein, dass ich übersteuer. Ja, wenn du enthusiastisch wirst, dann übersteuerst du ein bisschen. Das interessiert jetzt aber die Zuschauer nicht. Ich regel dich hier ein bisschen runter und dann kommen wir schon mit klar. Das ist ja alles in Ordnung. Ich schicke dir mein ganz normales Signal wie immer. Ja, ist kaputt. Ja, ist wurscht. Geht ihr nochmal durchaus vor, Nick. Ah, herrlich, herrlich. Also vorbereitet haben wir nichts. Wir haben heute in der Sendung aber ganz tolle Sachen, zum Beispiel diverses Feedback, was wir bekommen haben und was zu Wasabi. Oh. Und was ist los? Oh. Sollen wir nochmal anfangen? Was ist los? Hast du? Ich mach nochmal den Pre-Show-Badge rein. Hast du den roten Knopf nicht gedrückt? Und das live im Fernsehen? Ich hab den falschen roten Knopf gedrückt. Und was macht der falsche rote Knopf? Nichts. Heninke? Er leuchtet rot. Aber du bist tatsächlich übersteuert. Echt? Warum bin ich denn verdammt nochmal übersteuert? Du bist ziemlich an der Kante. An der ganz harten Kante bist du. Also, ich schau mal hier. Der Dynamik-Prozessor macht nichts Böses. Der Limiter macht nichts Böses. Der Output macht nichts Böses. Immerhin ist dein Audio gut diesmal und wird vom Livestream nicht weggedrückt. Immerhin das. Der macht nichts Böses. Ansonsten musst du nur den Abstand zum Mikro erhöhen. Ja. So. Bisschen. Also, ich... Geht ein bisschen. Ja, ja, ja. Nicht zu weit wegen Raum halt. Nicht so nah. Gut. Das ist ja merkwürdig. Wo drück ich denn hier drauf rum? Ich schicke hier... Also, mein Signal ist... Ja, geht schon so auf minus 3 dB und so. Das dauert schon mal. Aber das darf es auch. Komm. Komm. Hier hat ein zweiter Versuch. Halt. Pre-Show-Badge wieder weg. So. Happy Shooting Folge 666. Die zweite. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Jimdo und enjoyacamera.com. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Foto-Podcast. So, und du kannst jetzt nicht das erzählen, was du gerade schon erzählt hast, weil dann wäre es nicht mehr spontan. Ja, aber die Leute haben das ja nicht gehört im Podcast. Was sagst du denn zu meinem Licht? Das ist total gut. So hell. Voll spontan hier. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Ja, ich habe eben bei der ersten Aufnahme den falschen roten Knopf gedrückt, der nichts macht, außer gedrückt zu werden. Aber jetzt läuft's, oder? Jetzt läuft's, ja, ja. Warte mal. Alles kein Problem? Ich schneide mal hier die zwei Spuren auch noch mit, nur zur Sicherheit, okay? Ja, kein Problem. Der nimmt schon auf. Ich hatte gerade erzählt, dass ich ein neues Licht habe, das sehr hell ist, dass ich bald eine Sonnenbrille brauche, dass ich einen ND8-Filter hier drauf habe, damit ich das mit der Schärfentiefe hier noch hinkriege. Du, in so einem professionellen Fernsehstudio ist das halt so, da muss man sich dran gewöhnen. Da werden dann auch, wahrscheinlich werden so bei so Fernsehmoderatoren mit der Zeit, mit den Jahren die Pupillen eh immer kleiner und wachsen dann da fest in der kleinen Blende und so. Äh, ja. Ist das der Grund, warum Clint Eastwood so kleine Augen? Wahrscheinlich. Ähm, ja, wir sind's wieder. Happy Shooting. Wir haben heute einen bunten Strauß an tollen Themen für euch bereit. Und darunter zum Beispiel Feedback zu diversen Sachen. Wunderbar. Wir reden nochmal über Wasabi. Wir haben einen Audiokommentar von Rolf zu dieser Folge. Und wir reden über kaputte SD-Karten, Kamera, mehr Webcams bei Fuji, was haben wir noch? Den letzten, versprochen, den letzten Teil von den Apps, dritter Teil, ja. Ich habe einen schönen Videotipp mitgebracht. Und Termine haben wir auch. Finde ich super. Los geht's. Ja, Folge 666, The Episode of the Beast, ist das hier. Aber wir haben nix Besonderes da. Also wir haben jetzt keine muhahaha, irgendwelche Halloween-Sachen und so. Was nicht? Das wird eine ganz normale, stinke, langweilige Folge. Ja. Extra keine Hörner hätte man jetzt noch. Ne, ne, also wir nehmen live auf. Wer jetzt hier live zuguckt, es ist der 23. Juni 2020. Ihr dürft hier natürlich live, wie immer, Fragen reinwerfen im Slack, im Happy-Shooting-Slack, im Kanal HS-Fragen. Und auf Twitter mit dem Hashtag HS-Frage. Und wie wir es immer sagen, Audiokommentare freuen uns auch. Also immer her damit. Gut. So schaut's aus. Dann haben wir noch ein kleines Danke am Anfang. Diesmal, also wieder für milde Gaben, auf unser Spendenkonto. Wir haben da ja eine IBAN, die haben wir auf happyshooting.de unter slash Spende oder Spenden verlinkt. Ich glaube, beides geht. Und da werfen immer wieder welche von euch was rein, was uns ganz besonders in diesen Zeiten sehr freut. Da ein Danke an den Peter, an den Sascha und an den Thomas. Der schreibt, Spende, weil ich manchmal so gut einschlafe bei dem Podcast. Hm. Ja gut. Nein, ich finde das total, äh, ich finde das total cool. Einschlafen bei diesem Podcast ist ja, ist ja irgendwie so ein Vertrauensbeweis, ne? Das, äh. Eigentlich schon, ja? Schon, so. Also, ich finde so. Und das heißt ja, dass wir relativ angenehme Stimmen haben, die nicht so schrill sind. Die man immer verwechselt und, naja, das. Ja, dafür haben wir jetzt ja Bild. Genau, also Chris hier, da unten steht's, da steht's. Und Boris, da drüben, äh, da steht's auch. So. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum wir Video gemacht haben. Ähm. Ja, damit man uns endlich auseinanderhalten kann. So. Kurz in eigener Sache. Wir haben, äh, die in den letzten Tagen hier einen Serverumzug gemacht. Happy Shooting kommt jetzt von einem anderen Server. Du hauptsächlich. Ja, okay. Das ist mein Job. Ähm. Da war tatsächlich, also, der, der stand schon länger mal an. Es kamen immer wieder mal Rückfragen von Leuten, die sagen, ja, aber euer Zertifikat ist ja nicht so ganz sicher. Und manchmal lief's auch einfach aus und ab. Ähm. Ähm. Das war alles so ein bisschen noch, äh, auf einer älteren Infrastruktur, die nicht mehr so ganz, naja, die war, die lief nicht mehr so geschmiert. Und, äh, deshalb, äh, war das jetzt tatsächlich mal nötig. und meine Güte, sag ich dir, das, äh, das hat ein bisschen Kopfweh gemacht. Also, ohne jetzt zu technisch zu werden, aber wir haben ja ein, ein HTTPS-Zertifikat von, äh, von Let's Encrypt. Das ist diese, äh, diese Initiative, wo man quasi für umme Zertifikate bekommt, damit ihr dann, wenn ihr im Browser oben in die Adresszeile guckt, da so ein Schlösschen dran habt. Also, damit die Verbindung zwischen uns und euch da sicher ist. Und das alte Skript, was diese Zertifikate regelmäßig abgeholt hat, ist irgendwie amok gelaufen. Frag mich nicht, was da irgendwie zugeschlagen hat, aber das hat dann einfach so oft das, äh, Zertifikat neu rausgelassen, bis dann Let's Encrypt gesagt hat, mh-mh, wir geben dir kein neues Zertifikat. Okay, ich dann so einen Umzug auf die neue Infrastruktur, weil es eh mal fällig war. Ähm, und dann sagte Let's Encrypt immer noch, mh-mh, bist immer noch in diesem Rate-Limit. Eine Woche. Das hat dann etwas, äh, ich musste dann etwas feilen und machen und tun, es ist jetzt aber soweit in Ordnung. Also, ich glaube, im Moment sollten die Sachen laufen. Ganz im Gegenteil, der neue Server ist ja, äh, jetzt ein virtueller Server mit einer SSD darunter und der macht halt einfach irgendwie, der liefert die Sachen ein bisschen flotter aus und das ist gut. Also, wir sind jetzt wieder so ein bisschen, gerade, es ist jetzt die, unsere Workshop-Seite ist jetzt aber da noch, äh, der Sache noch zum Opfer gefallen. Da ist noch eine Bastelarbeit nötig, weil, äh, weil, ganz einfach weil, ähm, dem ist auch letztes Wochenende dann der eigentlich geplante, aber eh noch nicht auf dem Server stehende Licht-Workshop, äh, zum Opfer gefallen, weil das war einfach wichtiger, die Infrastruktur, die drunter sitzt, äh, wieder gerade zu ziehen. Wenn die Plattform nicht läuft, können wir schlechten Workshop auch machen. Korrekt. Ähm, das heißt aber, wir werden uns jetzt die Tage zusammensetzen, neue Termine mal raushauen, endlich mal tatsächlich so die Liste füllen mit verschiedenen Terminen, äh, zu verschiedenen Themen, weil wir wollen Workshops anbieten und, äh, vielleicht das auch, ähm, ja, vielleicht sogar ein bisschen öfter als bisher, ne, wäre so diese Villa-Workshops, das waren immer so drei Stück im Jahr. Äh, äh, ich könnte mir vorstellen, mit diesen virtuellen Workshops, wo ja dann auch wir nicht groß reisen müssen, also speziell du, Boris, äh, dass man da sagen kann, äh, dann machen wir vielleicht noch zwei, drei mehr, dann, äh, gibt's mehr Termine und schauen wir mal. Ähm, ja, das ist so im Moment die Idee, aber da warten wir noch so ein, zwei Wochen. Äh, ja. Gut. Das war die, das war die Hausmitteilung. Jetzt haben wir Feedback bekommen. Haben wir, genau, ähm, muss gerade mal gucken, Kapitelmarkensätzen ist auch gerade ein bisschen komplizierter, weil dieser Marker nicht irgendwie automatisch mitläuft. Irgendwie ist, irgendwie ist heute der Wurm drin. Du kannst es mitlaufen lassen auf Reaper. Das geht mittlerweile. das tut er normalerweise auch per Default, aber wenn er es einmal nicht tut, weiß ich nicht, was ich tun muss, damit er es wieder tut. Und ich stoppe jetzt nicht nochmal. Alles, alles gut, alles gut. Der Marius hat sich nämlich gemeldet, das ist der Gewinner der Schnittaufgabe. Hallo Boris, hallo Chris, das Glück ist mit den dummen, wie es scheint, meiner einer, also Biker Marius, hat gewonnen. Cool. Ich versuche euch mittlerweile live zu hören, wenn ich mit dem Radl abends von der Arbeit nach Hause fahre. Schön. Witziger, also schön, beim Fahrradfahren auf dem Heimweg, happy Shooting hören. Aber pass auf, nicht mit geschlossenen Kopfhörern, immer auf den Verkehr achten. Witzigerweise bin ich just zur Aufgabe aus dem Livestream geflogen und Red Knight hat mir im Slack zu VLC-Player geraten, damit das künftig nicht mehr passiert. Leider bisher wenig erfolgreich. Hm, okay. Kennst du da irgendwas? Nee, ne? Also was, also eigentlich läuft der Stream, der Audio-Stream läuft über die Studio-Link-Plattform und ist an sich stabil. Wenn man da rausfliegt, liegt es meistens am eigenen Netz. Ne? Wenn man das mobil hört, dass man dann vielleicht irgendwie durch den Tunnel fährt oder so, ähm, oder halt ein stabiles Netz hat, daran könnte es möglicherweise liegen. Ich kenne das zum Beispiel auch von Apple Music. Wenn ich über Apple Music Musik spiele, die nicht auf dem iPhone ist und ich fahre hier, ähm, zu unserem Pferd raus, ähm, dann ist unterwegs wirklich kein Empfang und dann hört der einfach irgendwann auf. Also der hört auf, die Lieder nachzuladen. Statt dass er sagt, ich hab jetzt wieder Empfang, ich mach weiter, hört er dann einfach auf. Also in dem Fall, ich meine, je nachdem, womit du das, äh, hörst, äh, halt mal refreshen, dann kommt der Stream vielleicht wieder. Könnte klappen. Ja. Ähm, Zur Richtigstellung schreibt er, Happy Shooting ist nicht nur der beste Happy Shooting, nicht nur der beste Happy Shooting, Happy Shooting ist der beste, der beste Happy Shooting Podcast. Der beste Happy Shooting Podcast ist nicht nur der beste Happy Shooting, sondern mein bester Podcast überhaupt. Mein Podcast Player sagt unglaubliche zwölf Tage, sieben Stunden auf Happy Shooting an. Forschung aktuell zu empfehlen. Von Deutschland Radio auf Platz zwei mit drei Tagen und 20 Stunden weit abgeschlagen. Wow. Dankeschön. Das, also, dieses spezifische Lob ist ja schon, also, das ist toll. Boris, du bist ja hier bei Happy Shooting mein absoluter Lieblings- mit Podcaster. Ja. Ne? Das kann ich zurückgeben. Ich bin ja auch mein absoluter Lieblings-Podcaster. Egal. Ähm, Low-Hanging Fruits, die mussten raus. Ähm, äh, danke euch für die schöne Zeit bisher, macht weiter so. Die Bildbeschreibung hat wunderbar gepasst. Als Beleuchtung hatte ich eine Energiesparlampe auf der einen Seite und ein grünes Catchlight, einen Blitz im Einsatz. Als Untergrund verspreche ich fürs nächste Mal etwas anderes als ein Ikea-Brett. Habe ich aber gesehen mit dem Licht. Ha. Gute Analyse. Äh, dann schreibt er noch an mich, ich hoffe, dass es, äh, ich hoffe, dass es auf, ach so, der Preis, das war hier diese, diese, diese Schutzkappen, wie heißen sie? Diese Gummiüberstülper, äh, diese Gummiüberstülper, die haben auch einen Namen. Ich hoffe, dass es auf mein 12 bis 40 von Olympus passt. Zum Wandern sollte es mein kleines Objektiv perfekt schützen. Habe ich ausprobiert. Ich habe ja das 12 bis 40. Ohne die Streulichtblende gar kein Problem. Passt ganz easy drüber. Mit der Streulichtblende ist es ein bisschen knapp. Geht aber. Mhm. Ich wünsche euch und euren lieben Gesundheit und auf ein baldiges Wiederaufleben eurer Workshops. Viele Grüße, Marius. Ja, arbeiten dran. Danke. Vielen, vielen Dank. Wir haben noch ein Feedback bekommen. Und zwar von, hm, ich habe den Namen vergessen. Okay. Lieber Chris, lieber Boris, ich bin der Gewinner der Happy Shooting Aufgabe Mund und bedanke mich für die wohlwollende Bildbesprechung. Da ich auf den Reisen meine Bilder immer auf dem Smartphone sichere, habe ich höchstens mal eine Reservekarte dabei, weshalb das Pixel Pocket Rocket bei mir eigentlich Verschwendung wäre. Ja. Dann schreibt er, ich würde es daher gerne jemandem zukommen lassen, der es wirklich brauchen kann. Ihr habt da sicher eine Idee. Ja, vielen Dank, dass du geschrieben hast. Und die Idee ist, wir werden die einfach wieder verlosen. Die geht wieder zurück in den Topf und kommt dann in die nächste Verlosung rein. Und wenn sie da jemand bekommt, der es nicht brauchen kann, dann so lange, bis sie dann weg ist. Eigentlich, aber das ist tatsächlich so ein Ding. Der Trend zum Smartphone. Karten brauchst du ja nicht. Ich habe ja hier noch zwei Pixel Pocket Rockets für CF-Karten. Die sind dann langsam aber sicher auch nicht mehr so ganz Zeit gemäß. Wobei man auch andere Sachen reinpacken kann. Ich wüsste nur nicht was. Mit Adapterstecker oder sowas. Dongles, genau, so kleine aufgewickelte Döngelchen. Dann schreibt er noch weiter, nur kurz zum Flaschenbild. Chris hat richtig ja, schon wieder ich, dass dabei mein Blitz gegen Sonne ankämpfen musste. Aha, das war das mit dem fehlenden Schatten. Da haben wir ja überlegt, wo der Schatten bleibt. Genau, da es sich dabei aber nur um einen schwachen Aufhellblitz handelte, hatte er gegen das noch kräftige Sonnenlicht keine Chance. Daher ist auch kein zweiter Schatten auf dem Bild zu sehen. Ein ganz dickes Dankeschön aus Österreich und für euren Podcast 3 zu 1 Happy Light Painting. Ja, fettes Sonnenlicht ist klar. Sehr schön. Das war aber auch gut zu sehen, das Catchlight von vorne quasi mit dem Blitz, das konnte man erkennen. Genau. So, und dann hatten wir letzte Folge über Wasabi geredet, unter anderem, wo es um das Thema Datensicherung ging. Das ist ja dieser S3-Klon-Speicher. Genau, ist S3-kompatibel. Also jede Software, die mit S3 funktioniert, läuft auch mit Wasabi. Da mache ich mal ein Backup drauf. Du auch, Chris. Und da hatte ich gesagt, dass die, so meinte ich, erst mal noch nur Server in den USA stehen haben. Aber ich hatte halt mal ganz am Anfang Kontakt und da waren sie bemüht, eben auch Server in Europa aufzustellen, wegen DSGVO-Compliance und solchen Geschichten. Und da gab es jetzt einen Nachtrag. Das ist tatsächlich immer vorbeigegangen. Der Thomas hat geschrieben, Wasabi hat ein Data Center in Amsterdam und ist auch voll DSGVO-Compliant. Gibt es auch einen Link dazu, wasabi.com slash GDPR. Ja. Finde ich super. Das war noch nicht, als ich angefangen hatte mit Wasabi, aber das haben sie dann inzwischen nachgeholt. Es war nämlich auch erst England, also Großbritannien im Gespräch und das haben sie dann wahrscheinlich nicht gemacht, weil die ja nun auch nicht mehr in der EU sind. Das hatte sich ja damals auch schon abgezeichnet, dass da was kommen soll. Und jetzt, wo ich es gelesen habe, da dachte ich, das habe ich schon mal gehört. Also wahrscheinlich wusste ich das sogar. Ich habe es nur wieder vergessen. Ja, ich kriege auch ein Newsletter von denen, wo sie ab und zu mal was reinschreiben. Da stand es mit Sicherheit drin, aber ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm. Tut mir leid. Nun gut. Aber danke, Thomas. Ja, dann haben wir ja jetzt immer schön Video. Naja, immer. Also versprechen tun wir nichts, aber wenn es geht, kriegen wir einen Livestream hin. Das ist tatsächlich ganz schöner Aufwand. Ey, ich habe jetzt Licht gekauft. Jetzt machen wir gefälligst Video. Mann. Ja, wenn der, du, letztendlich liegt es, letztendlich liegt es nur daran, ob das Netz hier mitmacht oder nicht. Das stimmt. Ja, ja, ja. Das ist, äh, bei uns ist der, der Downstream, der, äh, eigentlich, eigentlich 100 haben sollte, aber wegen Kabellänge zum D-Slam irgendwie nur, nur 65 kann, der ist jetzt gerade auf 40 runter und keiner weiß warum. Okay. Und der Upstream ist jetzt gerade auf 20 und da müssen jetzt irgendwie mehrere Streams drüber und so. Das kann, äh, also es geht, es geht. Solange es geht. Zur Not fahren wir hier die Qualität noch ein bisschen runter für den Livestream, dann geht das auch. Sollten wir dann kein Video mehr machen, hätte ich Lichter abzugeben. Nö. Video, ich mache jetzt auch ganz viel Video übrigens. Also, äh, ich habe jetzt hier, ähm, den Podcast mit meiner Mutter, den Glutenfrei-Podcast, äh, machen wir jetzt immer als Video. Dann habe ich jetzt Curiously Polar auf Video gemacht. Habe jetzt diese Woche wieder für Pick-One-Foto-Videos aufgenommen. Das macht total Spaß. Also, ich finde das jetzt da total gut. Also, Video wird, Schmeiß das mal alles in die Shownotes, die ganzen Links. Ja, muss mal gucken. Also, auf YouTube ist das auf meinem Kanal. YouTube.com. Ja, oder so verlinkt genau deinen Kanal einfach. Genau. Slash Chris Marquard, dann ist das drin. Ähm, ja, und es soll noch mehr kommen. Total. Naja, und dann haben wir eben jetzt, äh, natürlich, da wir jetzt auch immer mehr YouTube-Videos haben von den, von den Sendungen hier, ist natürlich jetzt noch mal eine andere Inbox aufgegangen für Kommentare. Und da kommt tolles Zeug rein. Danke. Äh, also, ihr dürft da gerne auch kommentieren und Daumen hoch und, äh, wie war das, wie sagen, wie sagen, wie sagen die guten YouTuber? Ähm, Daumen hoch und Glocke, Glocke, äh, subscribe und den, den Abonnieren-Button klicken und die Glocke aktivieren. Genau. So muss man das machen. Ich kenn mich doch da nicht aus. Ähm, ne, da. Irgendwo da. Ne, da, soll es doch dabei sein. Da die Glocke und ist auch egal. Und, äh, da kam unter anderem ein Kommentar rein, jetzt hab ich natürlich wieder den Namen nicht dazu geschrieben, egal. Ähm. Wir üben noch. Hieß es aber, habe euch, und, und, da wir jetzt hier einen neuen Ausspielkanal haben mit dem Live, äh, mit den Videos, kommen jetzt auch Leute, die uns vorher noch gar nicht kannten. Das ist das Schöne, ne? Da sind einfach, da sind andere Leute, die vielleicht keine Podcasts hören, die sich aber jetzt hier so zwei Spacken angucken, die hier irgendwo, äh, über Fotografie reden. Ränder Gang, ja. Die alten Männer. Nur ein bisschen grau, nicht so schlimm. Ähm, ja, und dann kam eben dieser Kommentar. Habe euch, habe euch erst heute entdeckt, nachdem mir andere Fotopodcasts zu langweilig wurden. Ihr seid echt der Hammer und verdient viel mehr Anerkennung und Aufmerksamkeit. Weiter so. Yes. Dann hat er hoffentlich bis hierhin gehört, wir kommen noch zum Thema. Kein Problem. Stimmt, wir haben heute Vorlauf uneröffnet. Wir müssen erst mal, ja, Housekeeping, ist doch schön, macht doch nichts. Muss auch so. Ja, und dann haben wir heute Folge 666 und dazu hat uns der Rolf mal wieder einen kleinen Statistik-Audio-Kommentar geschickt. Hallo Boris, hallo Chris. Herzlichen Glückwunsch zu Folge 666, The Number of the Devil, die Teufelsfolge. Wird bestimmt cool und ich habe das mal zum Anlass genommen, nochmal die Sekunden zu überprüfen, die ihr bisher schon mit Happy Shooting erreicht habt. und wenn man es ein bisschen großzügig aufrundet, kommt ihr zur Folge 666, auf zufällig auch gleich, 3.333.333 Sekunden. Geil. Naja, okay, eigentlich wird das erst in Folge 668 der Fall sein, aber wir wollen mal nicht pepstlicher sein als der Papst. Der Rolf, tschüss. Geil, er macht dann eine Extrapolation auf die übernächste Folge. Ja, oder wir müssen einfach jetzt länger senden, dann passt das ja auch wieder. Ich meine, wir könnten natürlich jetzt Rolf voll, voll die Show stehlen, indem wir jetzt einfach eine dreimal so lange Sendung machen. Genau, ist heute die Fünf-Stunden-Sendung. Ja. Warum nicht? Kann man schon mal machen. Dann müssten wir halt nochmal ein paar Themen von den letzten Sendungen wiederholen, aber ansonsten. Ich müsste dann zwischendurch was essen, aber das kriegen wir hin. Ja. Ja, danke schön, Rolf. Super. Klasse. Statistik. Ja, drei Millionen, nee, 33, wie viele waren es jetzt? Also viel. Drei Millionen, 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 ist das der Hammer. Wo wir bei Thema Video sind, ich habe mal, also da sind ja so diverse Videos auf diversen Playlisten und was weiß ich alles. Ich habe mal alles, was ich so von Happy Shooting gefunden habe, zusammengetragen und habe das mal in eine Playliste geworfen. Die findet ihr auf happyshooting.de slash Video. Das ist dann eine Weiterleitung an die entsprechende Playliste und da sind dann noch so diverse alte Workshop-Videos drin und Zeug. Also falls jetzt jemand von euch gerade so richtig auf dem Nostalgie-Trip sein sollte, da findet ihr Futter. Das ist unglaublich, was da alles drin ist. Ja. Ich glaube, aber es sind sogar noch diverse von den alten Fotokina 2008 sind da drin. Ja, sind drin, habe ich gesehen. Oh, 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 das waren Zeiten. Oh, das war geil. Das war echt cool. Das hat Spaß gemacht, doch. Das fand ich schon gut. War eine geile Zeit. Die auch. Das war geil. Ja. Ach ja, machst du die eigentlich manuell, die Liste, oder wird die automatisch weitergefüllt? Naja, das ist momentan alles noch irgendwie manuell. Ich muss mal gucken, dass ich die, ich glaube, Playliste kann man irgendwie über einen Tag füllen lassen oder so. Automatisch irgendwie, aber das ... Also nicht wundern, wenn dann jeweils die aktuelle Folge da nicht drin ist, dann muss sie noch eingepflegt werden. Ja, das ist auch so, die aktuelle Folge, die jetzt hier läuft, die hat ja möglicherweise vorne, hinten noch Vor- und Nachlauf, der noch abgeschnippelt werden muss. Das ist jetzt nicht irgendwie nach dem Livestream, ist die nicht sofort quasi poliert, sondern die muss ein bisschen, ein bisschen noch angepasst werden. Das kann also dann dauern. Die ist tatsächlich erst mal live und ich versuche die dann schon auf den Donnerstag früh zur gleichen Zeit rauszubringen, wie dann auch die Podcast-Folge rauskommt, also die Audio-Folge. Aber ja, versprechen tun wir da noch überhaupt nichts. So schaut's aus. Ich würde sagen, wir machen mal eine kurze Unterbrechung. Eine Unterbrechung? Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung. Ja, denn wir werden wieder unterstützt von Jimdo. Da könnt ihr euch Webseiten bauen, haben wir schon häufig drüber erzählt in vielen Folgen. Geht einfach mal auf happyshooting.de slash Jimdo und startet mal zum Beispiel mit dem Dolphin. Ganz einfach, paar Fragen beantworten zu eurem Business, Hobby, was auch immer. Und zack, habt ihr ein fertiges Gerüst für eure Webseite. Und bevor ich jetzt ganz viel nochmal dazu erzähle, was ihr ja schon kennt. Der Frank hat uns geschrieben. Der schreibt, hi Boris, hi Chris. Eigentlich bin ich selber Grafiker für Print und Web und erstelle auch komplette Webseiten. Aber wenn es kleine Lösungen sein sollen, die der Kunde schnell und einfach selbst pflegen kann. Ja, da bin ich seit einiger Zeit dank euch auch bei Jimdo gelandet. Schneller und kostengünstiger als mit Jimdo geht's wohl kaum. Ein Beispiel gefällig. Ja, und da verlinken wir mal auf die Seite frankschumann.de. Die hat er damit gebaut. Für, also er ist ein anderer Frank. Der ist nämlich hier Journalist, Texter und Berater und braucht offensichtlich eine Webseite. Ja, und das geht schnell und einfach mit dem Dolphin, wie man hier sieht. Und sieht eben auch noch ästhetisch aus. Also er hat hier auch ein Farbschema gewählt mit ein paar mehr Farben. Hat hier so einen dunkles, grünlichen, dunkelgrünlichen Ton und einen etwas helleren, so ins Türkis gehende Ton. Und noch ein bisschen weiß dazu. Also zwei Kontrastfarben. Ja, schöne Startseite hat er hier aufbereitet. Mir gefällt das Logo ganz schön. Dieser Schriftzug links oben. Der fügt sich irgendwie so ganz gut ein ins Gesamtbild. Ah, das habe ich jetzt hier auf dem Video oben so ein bisschen angeschnitten. Ist es aber nicht. Nee, das ist nur bei dir durchs Capturing ein bisschen angeschnitten. Das habe ich, da habe ich jetzt irgendwie, weiß auch nicht. Genau. Ja, dann gibt es ein ganz einfaches, aufgeräumtes Menü. Das finde ich auch immer ganz gut, wenn man auf eine Business-Seite raufkommt, dass man nicht erschlagen wird mit 25 verschiedenen Menüpunkten und Untermenüpunkten. Es gibt hier Leistungen. Es gibt Vita und unter mehr sind eben dann noch Sachen referenziert. Referenzen und Netzwerk. Wenn ich die Seite breiter mache, dann gibt es da kein Mehr-Button mehr, sondern dann sind die Sachen aufgesplittet. Und das ist eben das Schöne an diesem Dolphin. Das kann ich jetzt hier leider nicht machen, aber das ... Nee, dann stimmt das Capturing nicht mehr. Also wenn ich die Seite breiter mache, dann ist das direkt alles. Wenn ich es schmaler mache, dann fasst er eben Menüpunkte unter Mehr zusammen. Wenn ich es noch schmaler mache, kommt so ein Burger-Menü oben rechts. Das heißt, es passt sich immer dem verfügbaren Bildschirmplatz an. Wenn man sowas selbst programmieren wollte, hat man da eine Menge zu tun. Das nimmt einem Jim-Duell jetzt hier an dieser Stelle einfach mal ab. Also schön strukturiert eigentlich die Seiten. Auch immer ein bisschen aufgelockert mit Bildern dazwischen. Das ist ein totales, schlichtes Layout, was aber eben genau das ist. Es ist ein schlichtes Layout, was von den Inhalten nicht groß ablenkt. Richtig. So, dass das Ding dann doch sehr, sehr hübsch präsentiert, ja. Ich finde das sehr harmonisch. Und wenn du noch mal auf die Leistung zum Beispiel gehst und scrollst dann mal runter, dann siehst du, wie unten die Bilder mit so einem Animationseffekt so reingeschoben kommen. Ah ja, die fahren so ein bisschen, genau. Die fahren so ein bisschen rein. Und auch das, wenn man es selber programmieren will, dann muss man auch schon wieder wissen, was man machen muss mit CSS und überhaupt. Ja, und das kriegst du hier alles per Drag & Drop. Und so eine Seite hier zu bauen, da muss man tatsächlich überhaupt kein HTTP und CSS können. Man muss nicht mal wissen, dass es das gibt. Man muss eigentlich tatsächlich nur sagen, ey, Jim, du, ich will eine Seite machen. Und da soll dies und jenes draufstehen. Eine Verbesserung hätte ich. Eine Verbesserung hätte ich. Wenn man auf jetzt anfragen klickt, dann wird sofort das E-Mail-Programm gestartet. Das ist ein E-Mail-Link, ganz genau. Da wäre ich noch zugekommen gleich. Okay, alles klar. Gut. Da wäre ich noch zugekommen. Erstmal ist halt wichtig, wenn ihr so eine Seite bauen wollt, dass ihr das per Drag & Drop einfach zusammenstellen könnt. Könnt sagen, was wollt ihr haben? Eben zum Beispiel ein Modul mit einem Bild und Text da drunter. Ihr könnt auch sagen, nee, ich will den Text nicht haben. Ich will nur das Bild haben. Ihr könnt auch zu jedem dieser Module oder zu vielen zumindest dieser Module anklicken, ob da noch ein Action-Button da drunter soll, wo man dann draufklicken kann, dass irgendwas passiert. Zum Beispiel ein Link auf eine andere Seite. Das ist sehr schön. Und was hier leider nicht benutzt wurde, ist halt diese Kontaktanfrage. Da gibt es oben rechts den Call-to-Action-Button, jetzt anfragen. Der ist aber verlinkt mit einer E-Mail-Adresse. Das heißt, da geht sofort ein E-Mail-Client auf. Das kann man schon machen. Das funktioniert auch. Schöner ist allerdings, wenn ein Kontaktformular kommt. Das lässt sich auch mit einem einfachen Klick einfach sagen, ich will ein Kontaktformular haben, mit einbauen. Dann gibt es eine zusätzliche Seite. Und da kann eben der Seitenbesucher dann reinschreiben, wie er heißt, welche E-Mail-Adresse da als Antwort gegeben ist und kann den Text reinschreiben. Und dann würde das per E-Mail weitergeleitet werden. Finde ich ein bisschen schöner, als wenn man auf eine Webseite klickt und dann gleich lokal irgendwie ein E-Mail-Client startet. Und da kannst du natürlich immer noch eine E-Mail-Adresse dann hintun. Das schlage ich auch vor, die dann verlinkt ist. Aber dann weiß man, man klickt auf eine E-Mail-Adresse und dann kann man auch erwarten, dass dann ein E-Mail-Programm aufgeht. Das ist der Punkt. Also wer dann seinen E-Mail-Client starten will, der kann ja dann auf die E-Mail-Adresse draufklicken und weiß, dass dann der Client aufgeht. Ich lese ja auch gerade im Slack. Manche Leute, Sonja zum Beispiel und Michael offensichtlich auch, mögen keine Kontaktformulare. Deshalb die E-Mail-Adresse. Einfach deswegen die E-Mail-Adresse und die verlinken. Das kann man dann schon machen. Aber andere Leute füllen das eben lieber dann im Web aus. Warum auch immer. Ich mag das zum Beispiel auch nicht, wenn dann der E-Mail-Client aufgeht, weil bei mir springt dann der Standard-E-Mail-Client auf. Was nicht der E-Mail-Client ist, mit dem ich normalerweise arbeite. Das hat hier aber auf dem Mac mit Konfigurationen zu tun. Und dann springt immer erst mal der Client auf, der erst mal über E-Mail alle möglichen E-Mails im Hintergrund abholt. Und das ist irgendwie. Ich mag dann das Kontaktformular lieber. Wie dem auch sei. Schön gemacht. Danke Frank für das schöne Beispiel. Und danke an Jimdo, dass ihr das möglich macht, dass man sowas gestalten kann. Und dass das sogar selber Webdesigner überzeugt, für kleinere Projekte eben auf euch zurückzugreifen, weil das eben unterm Strich dann doch günstiger ist. Ja, tolle Sache. Könnt ihr ausprobieren. HappyShooting.de slash Jimdo. Ihr startet da kostenlos. Ihr müsst auch nichts hinterlegen. Das bleibt dann kostenlos und ist euers. Wenn ihr dann aber mehr machen wollt, so wie eben hier Frank mit einer eigenen Domain und ähnlichen. Mehr Unterseiten, umfangreichere Shop-Systeme, SEO, Auftauchen bei Google, Karte. Das Kontaktformular direkt verlinken mit Google, Öffnungszeiten und Pipapo. Dann gibt es die kostenpflichtigen Pakete in verschiedensten Größenordnungen. Müsst ihr gucken, was für euch eben passend ist. Und da spart ihr 20 Prozent, wenn ihr unseren Gutscheincode Belichtigung verwendet. Belichtigung. Zwei Is. Unsere Wortschöpfung, die funktioniert. 20 Prozent auf die kostenpflichtigen Pakete. Wir sagen danke Jimdo für den tollen Support. Und wenn ihr eine tolle Seite gebaut habt, die wir hier mal zeigen sollen, schickt sie uns an info at happy-shooting.de. Dankeschön. Dankeschön. Cool. Ich finde das stark. Ja, ich habe ja, wie gesagt, kürzlich eine Website gebaut für jemanden mit Jimdo. Und dann so, nachdem sie dann fertig war, so übergeben. So hier, nimm, mach selber. Ja. Und das war, irgendwie war das cool. Für alle Seiten genau richtig. So, wir haben News von Marc. Der hat uns was zum Thema kaputte SD-Karten von Sony geschickt. Sony hat wohl gerade ein Problem mit SD-Karten draußen. Ich weiß nicht, ob da gefälschte Karten im Umlauf sind oder ob die ein Produktionsproblem haben. Das habe ich jetzt so nicht herausgelesen. Wir verlinken das mal. Betroffen sind SD-Karten vom Typ SFM, SFM-TUF und SFG-TUF. Und auf der Seite ist nochmal genau beschrieben, woran ihr erkennen könnt, wann eure Karte betroffen ist. Das Problem tritt bei Videoaufnahmen auf, in einem bestimmten Modus, dann können die Video-Files korrupt sein. Alle betroffenen Karten, also SFM, SFM-TUF und SFG-TUF sind betroffen, wenn auf der Rückseite kein Sternchen zu sehen ist und bestimmte Bedingungen auf der Vorderseite eingehalten werden. SFM, das muss eine V60-Karte sein oder eine R277 MB die Sekunde oder Wright. Okay, das steht aber auf dem Link, den wir da in den Sternchen zu haben, oder? Genau, bei SFM-TUF ist es wohl egal und bei SFG-TUF muss auf der Vorderseite der Code mit TV starten. Dann ist sie betroffen. Gut. Ja, also sie haben das wahrscheinlich ein bisschen eingeschränkt von der Produktionslinie, welche Karten betroffen sind. Das steht da genau beschrieben. Schaut mal rein, wenn ihr solche Karten habt. Und da ist eine Rückrufaktion. Dann könnt ihr die einschicken und kriegt die dann sicherlich auch ersetzt. Ich habe eine Sony-Karte, aber die ist jetzt gerade irgendwo. Nee, die ist jetzt hier gerade nicht. Okay. Nee, ich habe keine. Na gut. Aber ich glaube so ... Nee, egal. Weiß es nicht. Wir haben noch ein News. Genau, wir sind noch mal kurz zurück zum Thema Webcams. Da gab es ja diese Geschichte mit den Webcam-Treibern, die dann eure tollen Kameras zu Webcams machen können. Und da gibt es jetzt, das hat der Kai uns geschickt, noch mal ein Update dazu, oder? Du hast dir das angeschaut. Richtig, denn Fujifilm hat noch mal weitergeschraubt und unterstützt jetzt auch die Kameras X-T200 und X-A7. Das heißt, die kriegt man jetzt auch direkt per USB angeschlossen und kann sie dann als Webcam in diversen Programmen nutzen. Mit Einschränkungen. Auflösung ist maximal 720p oder glaube ich sogar nur 720p. Und die Filmlooks stehen nicht zur Verfügung. Ich nehme an, dass da einfach die CPU am Ende ist an der Stelle. Okay, aber man kriegt zumindest ein Bild raus, was dann auch mit dem Weißabgleich und mit der Belichtung passt. Da gehe ich von aus, ja. Also, ich finde das enorm, wie die da unterwegs sind. Und ich muss tatsächlich an dieser Stelle mal sagen, hey Olympus, wo seid ihr? Geht das mit euren Camps nicht? Oder? Da sind die anderen gerade mal schneller. Hättest du gerne, ne? Aber du hast, es ist interessant halt. Ich habe jetzt eine Lösung, ich brauche das jetzt nicht mehr. Du machst das über HDMI, aber es ist trotzdem interessant, weil Olympus kann ja tethern. Das ist ja eine der wichtigen Sachen. Also, du kannst ja über WiFi sogar auf ein Smartphone das Video holen. Wie schnell ist das denn da? Wie viele Frames pro Sekunde kommen da? Ja, das wollte ich gerade sagen. Also, 30 Bilder die Sekunde hast du dann nicht. Also, das sind dann vielleicht so 10 oder 15 oder so. Aber was die Auflösung ist, weißt du auch nicht, ne? Nee. Weil das wird ja dafür, das wird ja eigentlich nie für was anderes verwendet, als für Preview quasi. Hm. Hm. Nun gut. Äh, wir haben noch eine Geschichte, der Kai hat, äh, uns das auch noch geschickt. Und zwar gibt es einen Aufruf von Camera Size. Äh, Camera Size ist diese Website, wo man quasi, äh, Kameras miteinander vergleichen kann. Und zwar in der Größe, ne? Wo dann so Draufsicht und vorne, Ansicht von vorne ist und so weiter. Das ist sehr praktisch, ja. Das, äh, das, äh, das, äh, habe ich auch schon öfters mal verwendet. Speziell, wenn es dann um Beratungen geht oder auch um, um, um eigene Käufe. Mal einfach mal sehen will, ist das jetzt irgendwie doppelt so groß, das Ding. Weil an den Fotos, an den Werbefotos sieht man es ja in der Regel nicht so genau. Ähm. Ähm, ja, dieser Mensch, äh, sagt, ich brauche Hilfe. Ich kann die Seite nicht mehr weiter betreiben. Gebt mir Geld. Tja. Ja, kann ich verstehen. Wir packen es mal hierher. Das, warum steht auch, steht nicht dran, warum, ne? Da steht nur dran, es geht nicht mehr. Ja. Das ist halt der Punkt, ähm, den ich ein bisschen unglücklich formuliert finde. Ich finde das völlig in Ordnung. Ähm, er schreibt auch, das ist ein bisschen peinlich, da irgendwie um Geld zu betteln, aber es geht nicht mehr anders. Ich, ich vermute, aber es steht nicht da. Ich vermute, so eine Seite kostet Geld im Betrieb. Das sind, da fallen Serverkosten an. Die müssen bezahlt werden. Und je mehr da drauf ist, und er hat da ja auch relativ viele Bilddateien draufliegen, und er wird auch relativ viel Traffic da auf dieser Seite haben, dann kostet das eben auch viel Geld. Ähm, da muss man natürlich erst mal irgendwo erwirtschaften an irgendeiner Stelle. Und auf der anderen Seite ist es natürlich... Du brauchst vor allem viel Zeit, um sowas zu pflegen. Du musst die Maße rauskriegen, du musst die... Ja, das ist ja dann, das ist ja der extra Aufwand, den du noch hast. Die Bilder bekommen und so weiter. Den du in deiner Freizeit machen musst. Korrekt. Und in der Zeit kannst du halt nicht arbeiten und Geld mit irgendwas anderem verdienen. Das ist schon klar, aber du hast natürlich erst mal auch Fixkosten von der Serverseite. Aber es steht jetzt hier halt mit keinem Wort, wo jetzt das Geld knapp ist, was jetzt fehlt, wie lange das jetzt fehlt. Ist das jetzt ein einmaliger Engpass oder braucht er es jetzt endgültig? Braucht er jetzt 500 Dollar, 1000 Dollar, 5000 Dollar, 50.000 Dollar, um das am Betrieb zu halten? Also ich finde es halt immer schön, wenn man eine Community aufruft zu helfen, dass man das so ein bisschen transparenter macht oder ein bisschen konkreter macht, damit ich dann auch als Unterstützer irgendwie weiß, helfe ich jetzt eigentlich mit dem Dollar oder kann ich ihm mit anderen Sachen mehr helfen? Also braucht er vielleicht eine Dienstleistung? Ich bin vielleicht Grafiker und habe Zeit übrig, da irgendwelche Bilder freizustellen. Kann ich ihm damit mehr helfen? Also wo ist jetzt eigentlich genau konkret das Problem an der Stelle? Das wäre halt schön, das wäre so mein Feedback an ihn. Vielleicht schreibe ich da auch noch mal eine E-Mail hin und frage noch mal. Das fände ich ein bisschen schöner. Also wenn wir zum Beispiel Unterstützung von euch brauchen, weil wir sagen, wir benutzen Auphonic und wir brauchen wieder Auphonic Stunden, dann können wir konkret sagen, wie viele Stunden wir brauchen, was sowas kostet und sind immer dankbar für Unterstützung auf eurer Seite. Aber so ist halt, also bei dem Aufruf hätte ich jetzt ein bisschen Bauchschmerzen, da irgendwie 50 oder 100 Dollar zu überweisen und dann stellt er vielleicht doch ein, weil irgendwas anderes nicht erreicht ist. Na gut, wir haben darauf hingewiesen, macht euch einfach mal selber im Kopf, ob das für euch wichtig ist oder nicht. Also ich finde die Seite super genial. Das hat mir schon echt ein paar Mal geholfen, wenn ich überlegt habe, ein Kamerabody anzuschaffen oder nicht. Da habe ich das mal verglichen, wie groß ist das im Vergleich mit meiner E-M1 und so weiter. Das ist schon echt cool. Ja. Ja, lass uns mal das nächste gekennzeichnete Skippen. Gehen wir mal zu den Apps weiter. Das ist jetzt der Teil 3, den wir jetzt ja schon in verschiedenen Sendungen angerissen haben. Welche Apps verwenden wir für die Business-Seite unserer Fotografie? Und da geht es eben nicht nur um Foto-Apps, sondern da geht es auch um die Tools, um überhaupt so ein Business zu managen. Und da fallen ja dann doch diverse Sachen an. Wir hatten über Desktop gesprochen, über die Fotobearbeitung, über irgendwelche Geldverwaltungen und so weiter. Und jetzt kommen wir zum dritten Teil und das ist die Sache mit den Mobilgeräten. Tja, am Smartphone tatsächlich. Richtig. Habe ich hier auch liegen. Hängt schon am Kabel für gleich. Was benutze ich regelmäßig? Also ich habe einfach mal drauf geguckt, was ich eigentlich ständig aufrufe und das ist 1Password. Da hatten wir auch schon auf der Desktop-Seite drüber gesprochen. Also klar eine Passwort-Verwaltung und tatsächlich benutze ich 1Password eben logischerweise dann auf allen Devices. Kann man auch inzwischen mit der Keychain machen. Auch da haben wir drüber gesprochen, dass die noch ausgebaut wird. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das da weitergeht. So mit iOS 14 und so weiter. Aber bisher bin ich mit 1Password sehr zufrieden. Ich benutze das nicht nur, um Username Password zu hinterlegen und automatisch ausfüllen zu lassen, sondern ich habe da auch sehr viele Notizen abgelegt zum Beispiel. Ich habe da auch hinterlegt Lizenzen. Wenn ich also irgendetwas kaufe, zum Beispiel von Rook am Möba habe ich glaube ich sowas drinne und von verschiedenen anderen Programmen. Da gibt es dann so runtergeladene Dateien, so Snippets. Lizenzdateien, ja. So Lizenzdateien. Und die kann ich dann per Drag & Drop in 1Password mit reinlegen und abspeichern. Das ist immer sehr hilfreich, wenn ich einen neuen Mac installiere und die Software installiere. Ich will sie lizenzieren und dann denke ich ja, Mist, wo steht jetzt der Code und wo kriege ich die Datei nochmal her? Vielleicht gibt es den Anbieter gar nicht mehr, aber ich habe die Datei noch. Dann kriege ich die einfach per Drag & Drop aus 1Password wieder raus. Und das klappt eben auch am Smartphone, hier am iPhone bei mir ganz gut mit dem automatisch ausfüllen im Safari-Browser. Mag ich ganz gerne. Wobei ich sagen muss, dass ich noch die Version ohne Abo benutze, weil ich schon sehr lange der Kunde bin. Ich bin da so ein bisschen, also 1Password, da bin ich immer sehr zwiegespalten. Ja, ich verwende es und ja, ich verwende es auch tatsächlich im Abo, damit das dann auch überall schön rumsünkt und so weiter. Das ging vorher zwar auch, aber ja, es ist mir wichtig genug. Und ich habe dann tatsächlich, als sie angefangen haben mit dem Abo-Modell, mich umgeguckt, ob es andere Sachen gibt, die auch funktionieren. Und ja, die gibt es, aber ich habe trotzdem nichts gefunden, was so seamless integriert in viele Sachen. Und bin dann, ich sage mal, letztendlich aus Faulheit dabei geblieben. Weil da hätte ich sehr viel umstellen müssen. Und das war es mir dann irgendwie nicht wert. Deshalb werfe ich dann quasi, um meine Faulheit zu unterstützen, dann halt doch irgendwie dieses Abo drauf. Das ist schon ganz nett. Die haben halt auch regelmäßige Überprüfungen auf diese Leak-Datenbanken. Und wenn man halt an irgendeinem Dienst ein Passwort hinterlegt hat, wo dann bekannt ist, dass da ein Leak ist, dann wird das rot markiert. Man möchte doch bitte ein Passwort neu vergeben. Das kann man dann auch automatisch oder so halbautomatisch machen. Das ist schon ganz praktisch. Also man kriegt ja auch was für sein Geld. Aber mit dem Abo, ja, ich kann das verstehen, wenn man dann irgendwie, weiß ich nicht, auf Dashlane oder andere Programme da zurückkommt. Gibt es viele andere. Oder eben, wie gesagt, alternative.to ist ein Service, wo man da sehr schnell Alternativen finden kann. Auch da immer gerne Feedback in die Kommentarfunktion hier. HappyShooting.de, Folge 666, einfach mal die Kommentare. Was benutzt ihr denn für Passwortverwaltungsprogramme? Und wenn ja, warum nicht? E-Mail. Tatsächlich benutze ich schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr den Standard-E-Mail-Client. Also auf dem Mac gibt es ja einen Standard-E-Mail-Client von Apple. Und den benutze ich schon sehr, sehr lange nicht mehr, sondern ich habe irgendwann mal Spark gefunden, tatsächlich. Das ist auch kontrovers diskutiert, weil man da, da heißt es immer, da muss man ja sein E-Mail-Konto aufmachen für Spark, damit die in die E-Mails reingucken und dann durchforsten sie das. Ja, das ist natürlich so, aber wenn man ein E-Mail-Konto hat, wo man mit OAuth, wie spricht man das aus? OAuth. OAuth. Und das tun sie, weil sie so ein paar Funktionen anbieten, so Send-Later-Geschichten und eben, wofür ich es tatsächlich benutze, und zwar exzessiv, ist die Wiedervorlage. Das heißt, ich kann E-Mails auf Wiedervorlage legen. Die werden mir dann wieder reingespült, als wären sie neu gesendet. Das ist sehr praktisch. Ich kann eine Schnellantwort schicken. Also wenn ich nur eine Bestätigung mache, okay, passt so oder nee, kann ich nicht, kann ich das mit einem Knopf auch von der Apple Watch dann direkt als Kurzantwort rausschicken. Das ist sehr, sehr praktisch und ich finde ihn sehr angenehm von der Darstellung und von der Bedienung her, komme ich ganz gut mit klar. Ich war eine Zeit lang sehr, sehr böse auf Spark, weil gerade diese Wiedervorlage-Funktion kaputt war bei mir. Also ich habe das an diversen Rechnern und dann war das synchronisieren. Irgendwie kamen die E-Mails sofort nach Sekunden wieder zurück. Blöd. Da habe ich lange, 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 lange alle möglichen E-Mail-Clients runtergeladen und installiert. Und ich war kurz davor, einen E-Mail-Client zu nehmen, der irgendwie 30 Euro im Monat oder 30 Dollar im Monat kostet. Und dann habe ich gesagt, scheiß drauf. Im Monat? Im Monat. Und dann habe ich gesagt, das ist mir jetzt egal, das probiere ich jetzt auch aus. Dann habe ich aber gerade noch mal die Kurve gekriegt und die Notbremse gezogen. Mein Verstand noch mal kurz eingeschaltet. Und habe dann, weil da ist natürlich Zeit vergangen, und habe dann Spark noch mal ausprobiert nach Monaten. Und siehe da, die Wiedervorlage funktionierte wieder. Also haben sie offenbar irgendwas irgendwann mal gefixt. Oder meine lange Abwesenheit hat da irgendwas resettet. Keine Ahnung. Seitdem läuft es. Ja, das Business-Modell, das ist ja auch wieder so, wenn ich jetzt den Aluhut aufsetze, das Business-Modell von diesen Free-E-Mail-Clients ist ja oft, dass sie Business Intelligence machen. Das heißt, dass sie gucken, was du eingekauft hast, weil diese ganzen Belege in deinen E-Mails landen. Und dann kann man da quasi Kaufverhalten, weiß jetzt nicht, ob es auch personenbezogen ist, aber immerhin, man kann Kaufverhalten quasi nachvollziehen. Und das ist wertvolle Information für die Hersteller und so weiter. Deshalb hat jetzt Amazon zum Beispiel aufgehört, in den E-Mail-Bestätigungen das Produkt zu nennen. Da kommt nur noch der Preis. Ist schon mal aufgefallen? Ja, was ich übrigens ziemlich lästig finde. Ja, aber genau, um solchen Business-Modellen den Hahn abzudrehen. Ja, ich möchte aber gerne einen Schalter haben bei Amazon. Ich möchte diese Information haben, weil sie auch für mich wertvoll ist, wenn diese E-Mail kommt. Tja, das musst du jetzt anders machen, egal. Gerade etwas nervig. Also bei Spark ist es halt so, dass das Business-Modell, sie haben einen kostenpflichtigen Account, den gibt es. Wenn man so Team-Geschichten machen möchte, wenn man sich mit Teams abstimmen möchte, gleichzeitig an irgendwas arbeiten, Termine verwalten, To-Do-Listen, Chats und bla, keine Ahnung. Dann kann man da Geld reinwerfen und das machen wohl auch viele. Und die kostenlose Version ist quasi das Marketing-Instrument für die. So sagen sie. Nun gut. Ja. E-Mail. Womit machst du deine E-Mail? Ich bin ewiger Gmail-User. Und ja, jetzt kommt nicht mit dem Aluhut, ich weiß, aber das ist für mich immer das Bequemste. Ich benutze das Web-Interface. Lokal und mobil benutze ich, was habe ich denn? Edison ist auch einer von diesen Clients. Den habe ich auch ausprobiert. Ja, das ist einer von den Besseren. Funktioniert für mich. Das ist ein ganz guter iOS-Client. Ja. Stimmt. Kalender benutze ich auch am Smartphone, nicht die Standard-App von Apple. Am Desktop sehr wohl, da habe ich den Kalender. Am iPhone nicht, weil mir immer so das von der Darstellung her nicht gepasst hat. Da habe ich lange, lange Fantastical benutzt. Habe das auch immer noch installiert. Und zwar in der Ansicht, dass ich oben die Monatsansicht habe und unten drunter die Agenda-Liste. Da kann man dann so schön durchscrollen. Und oben in der Monatsansicht sind halt farbige Punkte unter dem Tag. Ähnlich wie bei Apple-Kalender, wo abhängig davon, in welchem Kalender ein Termin ist, dann ein Punkt ist. Dann kann ich relativ schnell sehen, wo habe ich private Termine, wo sind Happy-Shooting-Termine, wo sind Business-Termine. Das organisiere ich halt in verschiedenen Kalendern. Und genau, wenn ich auf den Tag tippe, sehe ich unten halt in der Liste, was da ist. Und kann die Liste aber auch weiter scrollen. Ich muss da nicht oben auf jeden Tag tippen, sondern kann durchscrollen. Das finde ich sehr, sehr, sehr praktisch. Jetzt hat Fantastical so ein bisschen das Business-Modell geändert. Die sind auch zum Abo-Modell gegangen. Sie haben nachgebessert, sodass man mit der gekauften Version, wenn man es mal gekauft hat, eigentlich genauso arbeiten kann wie vorher auch. Man sieht auch nicht mehr ganz so viel Werbung wie vorher noch. Aber in dem Zuge, wo das so ein bisschen chaotisch war, habe ich mir angeguckt, 366 heißt das, Kalender 366. Sehr schön. Also es gibt eine ähnliche Ansicht wie bei Fantastical, oben mit dem Monat und drunter die Liste. Es gibt noch zig andere Ansichten wie bei Fantastical halt auch. Aber das Interessante bei Kalender 366, das finde ich gerade sehr angenehm, dass viele Bedienelemente unten angeordnet sind. Wenn du also das Smartphone in der Hand hältst, dann kannst du einfach unten auf das Plus tippen für neun Terminen. Und die intelligente Eingabezeile ist über der Tastatur, also leicht zu erreichen. Dann kann ich da alles reinschreiben. Also mit wem, wann und wo. Und dann wird das alles automatisch zugeordnet. Und das ist nicht alles oben, was immer so weit weg ist mit dem Daumen. Da muss man mit zwei Fingern arbeiten. Und das finde ich hier ganz angenehm gemacht. Das ist eine ganz, ganz clevere Lösung. Ich probiere das gerade aus. Ich habe mir auch direkt die Pro-Version gekauft, weil ich finde, solche Entwickler muss man einfach mal unterstützen. Ich habe auch direkt einen Verbesserungsvorschlag noch eingereicht. Da grübelt er jetzt mal drüber. Also netter Kontakt, deutscher Kontakt auch. Ganz cool. Also ich werde jetzt erst mal Kalender 366 benutzen und mal gucken, wie ich damit klarkomme. Wenn nicht, nehme ich wieder Fantastical. Was machst du? Ja, habe ich glaube ich bei den Desktop-Sachen auch schon gesagt. Fantastical ist für mich mittlerweile auch der Standard-Kalender. Ich gebe da tatsächlich auch Geld in das Abo rein, weil es mir, weil es einfach mir ein paar Features liefert, die unabdingbar sind mittlerweile. Zum Beispiel, wenn ich Termine suche für was mit jemandem zusammen, da schicke ich dann quasi drei, vier Termine hin. Die sind dann alle in meinem Kalender erst mal geblockt. Und die Person kann sich dann auf deren, da ist so ein Webinterface quasi, den richtigen Termin klicken von den mehreren. Und in dem Moment, wo die das tun, verschwinden die dann wieder aus meinem Kalender, die geblockten. Und das ist ein Lifesaver. Das ist ein Zeitsparer ohne Ende. Und wenn man das öfter mal machen muss mit Leuten, Termine finden, was man nicht direkt zum Telefon oder so machen kann, sondern halt vielleicht tatsächlich offline oder asynchron machen möchte, dann kriegt man das damit richtig gut hin. Und das ist es mir wert, da Geld reinzuwerfen. Ja, und dann ist es ja auch sinnvoll, dass du auf allen Plattformen dieselbe Software benutzt, weil sonst hast du diesen, den ganzen Workflow ja so. Und es synkt live. Das heißt, wenn ich hier auf dem Phone jetzt irgendwas ändere, dann ist hier auf dem Rechner, macht es Flupp und das ist sofort drüben. Und das geht viel, viel schneller und zuverlässiger als mit allem anderen, was ich bisher getestet habe. Und ich kann meine existierenden Kalender drin verwalten. Also ich muss jetzt da nicht neue Kalender drin anlegen, sondern das sind meine Gmail, meine Google Kalender und meine Apple Kalender sind da quasi die Datenbasis drunter. Ja, das ist das Praktische. Das sind ja quasi alle Kalender im iCal Format und die können ja aus diversen Quellen kommen. Man kann ja auch diverse Accounts auf dem Betriebssystem hinterlegen, also auch im Smartphone. Und diese ganzen Kalender-Apps, das sind aber glaube ich alle, bedienen sich aus diesen Quellen. Also das ist eigentlich ganz praktisch. Deswegen kann man auch schnell die App mal wechseln oder eine andere ausprobieren oder so. Das ist ganz cool. Kurz und knapp To-Do-Liste. Things auch bei mir am Smartphone. Habe ich auch am Desktop, habe ich auch am Smartphone, habe ich damals viel Geld für reingeworfen. Kamen immer super Updates, die synchronisiert. Ich habe noch nie einen Verlust gehabt. Läuft halt einfach. Ist wenig aufregend. Ganz geringe Funktionsumfang verglichen mit anderen aufgedrehten To-Do-Listen. Tut genau, was es soll. Und ich kann die Sachen abarbeiten. Fertig. Tut-Do-Liste, weil sie tut, weißt du. Genau. Und sie ist halt trotzdem Zucker. Also sie haben so ganz feine Animationen drin. Es steckt viel Liebe in dieser Software, ist ganz toll. Things habe ich, aber ich nutze das nicht mehr. Also ich habe es lange genutzt, aber ich muss das jetzt mal irgendwie wegtun, weil es eh nur nutzlos ist. Nee, Reminders ist vollkommen ausreichend. Also das eingebaute. Also die Standardfunktion. Die eingebaute, weiß gar nicht, heißt es auf Deutsch, Erinnerungen wahrscheinlich. Also das, was Apple halt so liefert. Und das ist tatsächlich sehr gut und tut mittlerweile, macht genau das, was es für mich soll. Und ich, ja, ich habe, ich kann Kalender, Quatsch, Listen damit teilen. Also ganz normale To-Do-Listen, Einkaufslisten und so Zeug. Das geht alles darüber, das synkt gut und auf allen Devices und da brauche ich eigentlich nichts mehr. Das sind Bordmittel für mich völlig ausreichend. Super. Und es ist schnell. Ja. Dann habe ich mir eine Software damals geklickt, wenn ich halt irgendwo hinten fahre. Wenn ich zum Kunden fahre, wenn ich zu einem Workshop fahre, zu einer neuen Location fahre, nämlich TomTom. Das heißt, ich habe da nicht auf die Navigation gesetzt, die, also im Auto sowieso nicht. Die Autos habe ich, seit zig Jahren kaufe ich Autos ohne Navigationssystem, weil das Navigationssystem in meinem Smartphone immer schneller zu bedienen ist und immer aktueller ist von den Verkehrsdaten. Also ich habe in keinem Auto bisher ein schönes Navigationssystem gesehen. Ich auch nicht. Ich begrusel es jedes Mal wieder, wie träge die sich bedienen lassen. Dann hast du eine Tastatur, die alphabetisch ist, ABC und dann finde ich die Buchstaben nicht. Korrekt. Und dann drückst du und nach einer Viertelsekunde werden andere Buchstaben grau. Nee. Also ich habe immer schon ein mobiles Navigationsgerät gehabt, also früher viel von Navigon, weil ich da auch mal Beta-Tester war, habe ich diese mobilen Geräte von Navigon gehabt, die man sich so mit Saugnapf an die Scheibe gemacht hat oder sonst wie befestigt hat. Und war damit immer sehr, sehr zufrieden. Inzwischen gibt es Navigon ja leider nicht mehr. Und ich bin dann irgendwann auch umgeschwenkt auf TomTom, weil die einfach das bessere Verkehrsmeldesystem haben. Das war also tatsächlich so, mit Navigon war das immer mal so, mal so, ganz gut, manchmal schlecht oder viel zu spät. Und bei TomTom war das eigentlich bisher immer so, dass die gesagt haben, da ist ein Stau und dann ist da ein Stau. Also wenn ich dann von der Autobahn runtergefahren bin und ich konnte dann nochmal von der Landstraße aus zur Autobahn gucken, dann stand da auch der Verkehr. Und wenn ich nicht runterfahren konnte, da habe ich sogar schon Ansagen gekriegt, Vorsicht, in so und so vielen hundert Metern Stauende, wenn nämlich das Stauende hinter einer Kurve war, dann warnt dich das System sogar. Und das stimmt. Also da ist dann in der Software so eine rote Linie angezeigt, wo dann stehender Verkehr oder stockender Verkehr ist. Und das stimmt auf den Punkt. Das ist einfach verdammt gut und das hat mir so viel Lebenszeit und so viel Nerven geschont. Wunderbar. Leider gab es dann die alte Software, die sehr, sehr bieder war von der Grafikdarstellung und so. Aber die war gut. Die gibt es nicht mehr oder wurde nicht mehr gepflegt. Es gibt das TomTom Go. Das habe ich dann natürlich auch genommen. Da muss man auch so abomäßig einfach Geld reinwerfen. Da gibt es verschiedene Zeitabschnitte. Ist mir aber völlig egal, weil ich nutze es so, so oft. Das ist nicht, ich finde es nicht mehr ganz so toll wie das alte TomTom Go. Da fehlt mir so eine Darstellung, die halt stromsparender ist und mit weniger Refreshrate und sowas. Das fehlt alles noch. Ein paar andere Sachen, die nicht so schön gelöst sind. Aber insgesamt ist das Ding einfach wirklich starten, Ziel eingeben und loslegen. Und die Verkehrsmeldungen, die machen es einfach für mich. Ich habe es jetzt ein paar Mal versucht, tatsächlich mit den Apple Maps zu fahren. Das geht auch ganz gut, aber da kommen teilweise sehr kuriose Routen bei raus. Also da sind sehr kleinste Straßen und Hinterhöfe und so. Und die Google Maps habe ich tatsächlich auch ausprobiert als Navigation. Die finde ich verdammt gut. Also auch die Sprachausgabe finde ich sehr schön. Also akustisch, vom Sprachrhythmus her ist einfach sehr, sehr angenehm. Und da fand ich auch die Staumeldung ganz okay. Aber da habe ich einfach das Problem, wenn ich eine schlechte Verbindung habe, dass dann die Karte nicht nachlädt und so. Und das alles hast du bei TomTom eben nicht, weil die Karten lokal runtergeladen sind. Mhm. Ja, für mich, also fast eigentlich nur noch Bordmittel, beziehungsweise ab und zu mal, wenn ich so längere Strecken fahre, wo es mir wichtig ist, dass ich eine gute Route bekomme, nämlich Waze. B-A-Z-E. Ach, das hat man ja auch. Ja, das benutzt auch die Google Maps, das gehört Google, das Produkt und die nutzen die Google Maps. Die haben mit CarPlay eine wichtige Sache, die wirklich hilfreich ist, die blenden dir einen Tacho ein, der dir die echte Geschwindigkeit gibt. Weil das, was du auf deinem, also was ich hier auf meinem Tacho habe, das ist in der Regel, ist das irgendwie mal fünf bis zehn Sachen zu langsam. Und wenn ich die Geschwindigkeit über GPS bekomme, dann ist die halt zuverlässiger. Die ist präziser. TomTom Go zeigt dir die auch an. Mhm. Nice. Ja, und dann habe ich natürlich auch auf dem Smartphone YNAP Classic laufen. Das heißt, wenn ich unterwegs bin und tanke, dann erfasse ich halt die Kosten direkt. Dann muss ich das nicht mehr nachholen zu Hause, sondern braucht es nur noch abklicken. Und auch so bei kleineren Geschichten, wenn ich mir irgendwo ein Eis hole oder mal ein Baguette oder sowas hole, dann kann ich noch im Auto schnell die Ausgabe erfassen. Dank der Geolocation, also das Gerät weiß ja, wo ich bin, ist dann in der Regel schon ausgefüllt, wo ich das gekauft habe. Wenn ich da regelmäßig kaufe, Tankstelle zum Beispiel brauche ich nicht mehr ausfüllen. Ich trage nur den Preis ein und drücke OK. Und dann ist hinterlegt, dass ich getankt habe. Also das ist, welche Kategorie das ist, weil an der Stelle tanke ich halt eben immer für Kfz. Und da steht dann sogar, dass das noch die Aral Tankstelle war oder die Esso oder die Shell oder was auch immer. Und wenn es immer die gleiche Eisdiele ist, dann steht da eben auch, dass das jetzt eben Restaurant war. Heißt die Rubrik bei mir, heißt eben so. Und dass das bei Vito war oder sowas. Ja, und dann steht das da. Das ist sehr praktisch, aber leider wird das eben nicht mehr weiter gepflegt. Ich habe angefangen, mir selbst eine Lösung zu programmieren für Smartphone. Da scheitert es aber am Synchronisieren. Das ist nämlich gar nicht so einfach, wenn man das irgendwie machen will. Chris, womit machst du denn deine Budgetverwaltung am Smartphone, wenn überhaupt? Am Smartphone fast gar nicht. Aber YNAP benutze ich. Allerdings auch wieder da die aktuelle Abo-Version. Aber dann auch nicht mobil, beziehungsweise mobil geht es, glaube ich, dann ja auch. Ja, ich habe die schon mobil, aber ich verwende sie selten. Ich mache das ein bisschen großflächiger. Das heißt, dass ich halt Budgets habe für unterwegs und da kommen halt dann irgendwie mehrere Sachen rein und das wird dann quasi so im Balk abgerechnet. Ich mache das nicht so kleinteilig. Nur bei Sachen, die geschäftlich sind, mache ich das tatsächlich. Aber es hilft, ne? Also budgetieren ist tatsächlich, das hat mein Umgang mit Geld total verändert. Komplett verändert, als ich das mal angefangen habe. Zum Positiven. Also das war bei mir ja auch so. Ich habe nicht, dass ich vorher irgendwie das Geld mit beiden Händen irgendwie rausgeschleudert hätte oder ständig irgendwie im Minus gewesen wäre. Das nicht. Aber seit ich das mit der Budgetverwaltung mache, ist dann auch egal mit welcher Software oder auf dem Blatt Papier, aber Budget verwalten, das ist unterbewusst, trainiert einen das wirklich. Das ist klasse. Ja, und dann mache ich natürlich noch Online-Banking, auch am Smartphone. Das heißt, ich will auch unterwegs mal auf mein Konto zugreifen können, um zu gucken, was drauf ist oder ob ein bestimmter Geldeingang schon draufgegangen ist oder ob eine bestimmte Zahlung schon abgegangen ist. Oder ich muss tatsächlich mal unterwegs spontan was überweisen, wenn ich nicht mit PayPal bezahlen kann zum Beispiel. Dafür habe ich eine Software, seit langer Zeit benutze ich da die Software, Finanzblick heißt die. Es gibt halt leider kein Money Money für das Smartphone. Gibt es nur eine Desktop-App. Und Finanzblick hat sich so als, ja, ganz ordentlich herausgestellt. Habe ich nichts mobil, weil wenn ich Sachen überweise, dann mache ich das in der Regel halt zu Hause hier am Rechner. Beziehungsweise, wenn ich es von unterwegs machen muss, dann, du musst ja jetzt mittlerweile eh die Mobil-Apps von den verschiedenen Banken drauf haben, weil die da ihre komischen Pintan, sonst wie Systeme implementiert haben. Das heißt, wenn, dann mache ich das dann direkt über so eine App. Und das kommt drauf an, wo du dein Konto hast. Also ich bin zum Beispiel bei einer Kreissparkasse. Und da ist es so, dass du, also die sind wirklich ans äußere Ende von dieser Beschränkung gegangen. N26 will ja bei jedem Login, wenn du mit einer Third-Party-Software drauf zugreifst, will ja bei jedem Login, dass du über deren App das freischaltest. Wo ich dann sage, wenn ich das jetzt freischalte, dann kann ich auch gleich die App benutzen. Also so ein Blödsinn. Und die Kreissparkasse hat das so gemacht, dass sie das Maximallimit mitgenommen hat. Das sind, glaube ich, drei Monate. Und nach drei Monaten kriegst du eine neue Tarn per SMS aufs Smartphone. Und wenn du halt mit einem Third-Party-Client drauf zugreifst, dann musst du halt alle drei Monate einmal deine SMS abwarten und eingeben und fertig. Dann komme ich gut mit klar. Naja, diese Veränderungen im FinTech-Bereich, die sind, also sind mir noch nicht schlimm genug, um deshalb jetzt eine Bank zu wechseln, weil auch da hängt ja unglaublich viel dran. Ja, das macht man nicht mal eben schnell so. Na gut. Hast du sonst noch Programme, die du regelmäßig nutzt? Also mal von Twitter-Clients und ähnlichen abgesehen. Also jetzt so fürs Business? Nee, erst mal nicht wirklich. Nee. Na, dann sind wir da. Haben wir doch drei Teile. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, die wir in einem vierten Teil beantworten könnten, dann schreibt einen Kommentar auf happyshooting.de zur Folge 666. Und dann schauen wir mal. Vielleicht haben wir ja wirklich noch was vergessen. Sehr schön. Ich lese es mal vor, was Markus uns geschrieben hat. Hallo, ihr zwei lustigen Happy-Shooter. Tanzen, tanzen, tanzen wir ein bisschen. Habe mal eine Frage zum Thema Datenspeicherung im Netzwerk. Zumindest hat, soviel ich weiß, was zumindest, da fehlt das Wort. Einer hat, soviel ich weiß, eine Synology. Ja, ich habe die Fragezeichen. Also ich habe eine. Wir haben beide eine. Ich habe auch eine. Und die haben wir uns beide jeweils selber gekauft. Also nicht gesponsert. Ich überlege gerade, ob ich eine externe USB-3-Festplatte an meine Fritzbox dranhänge oder auch ein NAS installiere. Prinzipiell würde mir eine Festplatte am NAS genügen. Eine Erweiterung auf eine zweite wäre doch schon sinnvoll für die Zukunft. Meine Frage, wie ist eure Erfahrung mit NAS-Systemen? Kann man die Festplatten, die im NAS drin sind, auch ohne NAS am PC lesen? Oder speichert das NAS die Daten auf die Festplatte in einem proprietären Format? Erstmal kurz soweit. Also NAS-System ist für mich so set it, forget it. Das sitzt tatsächlich bei uns im Keller, ist mit dem Kabel, also mit dem Gigabit-Ethernet-Kabel hier hoch verbunden. Und da sind halt Sachen drauf, die jetzt nicht super high-performance sein müssen. Aber es ist okay. Und da steckt ein Bündel Platten drin. Das ist aber auch schon ein paar Jahre alt, das System. Das heißt, die Platten, die da drin sind, sind, glaube ich, zwei Terabyte Platten oder so. Also nicht wirklich dicke Platten. Also heute würde ich das mit irgendwie zehn Terabyte Platten ausstatten oder so. Ich habe dann zusätzlich für das performantere. Und diese Sachen sind proprietär. Das sind also Dateisysteme, die du nicht einfach so an deinem Rechner übernehmen kannst. Speziell, wenn du irgendwelche Rate-Level fährst. Weil dann sind die Daten ja auch nicht vollständig auf den Platten, sondern sind verteilt. Und es hängt davon ab, welches System du nimmst. Genau. Wie du es konfigurierst. Das kannst du jetzt nicht mit dem Ja oder Nein beantworten. Das stimmt schon. Und das Nächste ist, würde ich es jetzt nochmal so machen. Also wenn ich was performant, einigermaßen performant lese und schreiben muss, also mehr als die paar zig Megabyte pro Sekunde, die ich da über das Kabel in die NAS reinbekomme, dann brauche ich hier eine lokale Platte. Und es hängt auch hier so hinterm Rechner eine 8 Terabyte USB 3 drehende Festplatte, die Sachen direkt im Zugriff hat. Und das wird dann gebackupt, haben wir hier schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das ist so meine Idee. Ob man das jetzt an die Fritzbox hängt? Ich habe noch nie eine Platte an die Fritzbox hängt. Ich weiß, dass die das kann, dass die als nass auftreten kann, aber wie performant das dann ist über das WLAN vielleicht oder so, das kann ich gar nicht sagen. Habe ich noch nie getestet. Kommt auf den Versuch an. Aber tatsächlich ist der Punkt, du hast dann eine Platte da dran stecken und wie viel vertraust du jetzt dieser Platte? Also was willst du da drauf ablegen? Und wenn das Daten sind, die dir wirklich wichtig sind, dann hast du kein Backup davon. Außer du machst dann wieder über das Netzwerk ein Backup woanders hin. Also das ist schon der Punkt, wo du eigentlich mal mindestens ein System haben willst, was die Daten ausfallsicher macht, also zumindest mal spiegelt. Dann hast du es schon mal ausfallsicher. Wenn eine Platte ausfällt, hast du noch Zugriff auf die Daten oder dass du jetzt irgendwie ein Backup zurückspielen musst. Hast du natürlich immer noch keinen Backup. Außer du benutzt die Platte als deine Backup-Platte. Das heißt, dass du deine lokalen Daten dort duplizierst, also da nochmal hinkopierst als Backup in dein lokales Netzwerk. Dann kannst du das natürlich machen. Wenn sie dann kaputt ist, ist halt dein Backup weg. Aber du hast die Daten ja dann noch. Also da muss man mal gucken, was man machen will. Ich habe halt bei mir Nass gewählt und am Anfang hatte ich ein Drobo, war damit auch ganz zufrieden, bis ich damit nicht mehr zufrieden war. Hier so auch so, genau. Und dann habe ich geguckt, was holst du denn jetzt statt in einem Drobo? Und dann hatten die Mitbewerber da, also Drobo hatte ja ein Einstellungsmerkmal, einfach die Platten austauschen, ohne irgendwo einen Knopf zu drücken und zu konfigurieren. War auch geil, hat auch funktioniert. Das können andere inzwischen aber auch sehr gut und zwar mit unterschiedlich großen Festplatten. Das war so das Bonbon dabei. Und das kann eine Synology und eine QNAP und sowas, die können das eben auch alle. Das heißt, ich habe hier angefangen mit der Synology und habe meine alten 1TB Platten da reingesteckt. Dann habe ich die da Reihe nach ausgetauscht gegen 2TB, 3TB Platten waren das, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, 2 oder 3TB, aber ich habe nicht alle auf einmal ausgetauscht, sondern ich habe halt eine ausgetauscht, was so angefallen ist. Und als ich wieder eine über hatte, habe ich die dann da reingesteckt und so ist der Platz immer größer geworden. Inzwischen sind 5 Slots belegt und 2 davon mit jeweils 10TB Festplatten. Die anderen haben, glaube ich, 3TB Platten noch drin. Und das wird dann so zusammengemischt und du hast halt ein Gesamtkontingent an Platz. Und bei mir ist die Synology eigentlich gekauft als Backup-Medium im Netzwerk, also um meine sämtlichen Rechner dorthin zu sichern und Daten dorthin zu sichern und eine externe Platte, die ich auch noch habe, dahin zu sichern. Daraus ist aber dann, wenn man den Platz erstmal hat, eben geworden, dass das eben auch mein Hauptablageort für meine RAW-Dateien ist. Das heißt, wenn ich mit der Bearbeitung am Rechner fertig bin, dann verschiebe ich die aufs NAS, nimmt mir das nämlich auf der schnellen SSD keinen Platz weg, aber ich habe trotzdem Zugriff drauf. Und deswegen wird das Verzeichnis mit den RAW-Dateien und noch ein paar andere Verzeichnisse auch regelmäßig wiederum in die Cloud gesichert, nach Wasabi zum Beispiel. David hat ja noch einen sehr guten Punkt auf dem Slack, der sagt bezüglich NAS auf Fritzbox, es gibt nicht eine Fritzbox, die Leistungen sind schon unterschiedlich, je nach Nummer. Nur weil alle einen USB-Port haben, sind sie nicht gleich schnell, weil die Daten durch den inneren Prozessor geschaufelt werden. Das ist richtig, die haben unterschiedliche Prozessoren drin. Ich habe das gemerkt, als wir hier vor ein paar Monaten abgegradet haben, auf was Neueres, dass dann plötzlich das System auch viel, viel schneller war. Jetzt nicht NAS-technisch, aber so allgemein war es einfach deutlich schneller und das ist schon merklich. Also deshalb können wir da keine Aussage machen. Das gilt jetzt bei Synology und QNAP aber ganz genauso. Die haben also von bis Systeme, mit langsamen Prozessoren, mit schnellen, mit viel Speicher, mit wenig. Es gibt welche, da kannst du hinten zwei Netzwerkkabel reinstecken, die werden zusammengeschaltet, damit du noch schneller arbeiten kannst damit. Ich habe jetzt hier auch nur ein 100 Mbit-Netzwerk. Was? Ist das 100? So klein. Also ich habe hier ein Gigabit-Netzwerk. Ist das ein Gigabit? Also ich kriege maximal, nee, das muss mehr als 100 sein, weil ich kriege maximal übers WLAN, kriege ich so 20, 30 Megabyte die Sekunde hin durchs WLAN und hier mit dem lokal angeschlossenen Rechner bin ich so bei 80, 90 MB. Also muss es ein Gigabit-Netz sein. Ja, dann fragt er weiter. Wie sieht es mit der Geschwindigkeit im Netzwerk aus? Gigabit-LAN im Vergleich zu SATA 3. Also die kannst du nicht vergleichen, das ist deutlich anders. Lokal angeschlossen immer schneller. Ich habe übrigens hier auch lokal angeschlossene SSD. Ich habe hier keine drehenden Platten mehr, außer im NAS. Ja, dafür habe ich leider noch zu viel Speicherplatzbedarf. Und zu wenig Geld. Genau. Und wie sieht es mit der Rechteverwaltung im Heimnetzwerk aus? Kann man da auch Benutzernamen und Passwortschutz anlegen? Das geht bei den NAS-Systemen, geht das? Also bei Synology geht es auf jeden Fall. Da kannst du Accounts anlegen, wo du dann festlegen kannst, was wo Zugriff hat. Ob das bei der Fritzbox geht, weiß ich nicht, würde ich aber fast behaupten, dass das da auch geht, weil da hast du ja auch eine Userverwaltung drauf. Das weiß ich nicht, wie umfangreich die ist. Also bei der Synology habe ich mir tatsächlich mehrere Konten eingelegt. Zum Beispiel ein Konto, was nur von der Time Machine verwendet wird. Und zwar ein Konto für die Time Machine vom Mac, ein für die Time Machine vom MacBook und eins von der Time Machine von Tania's MacBook. Und da kannst du halt bei dem Konto hinterlegen, was du für ein Speicherkontingent hast. Das heißt, Time Machine glaubt, dass da eben zum Beispiel eine 2-Terabyte-Festplatte zur Verfügung steht. Und wenn die vollläuft, dann werden alte Sicherungen gelöscht. Wenn du das nicht machst und der Time Machine den vollen Zugriff auf den gesamten Speicherplatz lässt, wenn du da was weiß ich, 11 Terabyte oder sowas hast, dann macht dir die Time Machine auch 11 Terabyte mit der Zeit voll. Und das will man nicht. Übrigens, ich habe wieder den Beweis gefunden, wie nerdig unsere Zuhörer hier sind. Im Slack gerade schreibt Franke, hat ein Raspberry Pi 4 mit 8 Gigabyte RAM und zwei 8 Terabyte Platten am USB 3 über ZFS gespiegelt im Keller. So, das, äh, you lost me at 3. Genau. Äh, sehr schön. Kommen wir noch kurz was zu was anderem. Ich habe einen kleinen Videotipp. Ähm, und zwar, jetzt muss ich mal gucken, wie der Channel heißt. Der heißt, äh, 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 DIY Perks. Und das ist ein Bastler, der immer wieder interessante Sachen macht und Projekte macht, ähm, der baut hier einen 4K Home Cinema Projektor. Also, das ist jetzt nicht so ein, so ein Bastelprojekt, wo man sagt, ich, 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 ich mache das mit, ne, so wie bei einer Kochshow so nebenher, sondern der hat natürlich viele Sachen schon mal vorbereitet und hat das wahrscheinlich, hat er wahrscheinlich deutlich länger gebraucht, als es in dem Video rauskommt. Aber, äh, der baut sich hier, der baut sich hier mit LEDs und, äh, Testgeschichten baut er sich hier einen Projektor. Ich muss mal schauen hier auf dem Video, sieht man's. Ähm, also letztendlich nimmt er ein 4K Panel von einem alten Sony, nicht ganz alten, aber von einem defekten Sony Smartphone und baut das um und nimmt eine LED-Leuchte und Kühlkörper und Objektiv und muss dann, muss dann hier Großformat Objektiv nehmen, weil das, ähm, weil, weil, weil das Panel so groß ist, ne, du brauchst dann ein Bild, was dann auch, ein Objektiv, was dann entsprechend Bildkreis dann auch wirklich projizieren kann. Und, äh, also man, man, es ist spannend, finde ich, weil, nicht, nicht ums nachzubauen, aber es werden so diverse optische Prinzipien dadurch ganz gut erklärt. Ähm, auch sowas wie, ne, da hat dann eben noch so einen Spiegel oben, dass das Ganze dann, weil das projiziert nach oben und dann muss es ja irgendwann in die Wand geworfen werden und dann, äh, benutzt er da eben einen sogenannten Vorderflächenspiegel, das ist also ein Spiegel, der die Verspiegelung außen hat, weil ansonsten muss das durchs Glas und auf den Spiegel und wieder durchs Glas zurück, dann hast du so, so Fremdbilder. Und, ähm, das habe ich mir total gern angeguckt, weil es echt interessant ist, wie, wie wenig schwierig das doch ist. Also, ich würde es jetzt nicht nachbauen wollen, aber es ist echt interessant, wie man doch mit relativ wenig Aufwand so ein Projekt dahin bekommen kann. Ja, der Kai schreibt es ja auch gerade nochmal, der hatte mir nämlich, äh, diesen Kanal empfohlen mit einem Video, wo er zeigt, wie man sich so ein LED-Panel selber bauen kann. Und zwar ein flexibles LED-Panel, was man eben auch rollen kann und sowas. Etwas, was ich mir quasi jetzt gekauft habe. Und wenn man das selber macht, kann man natürlich verdammt viel Geld sparen. Ja. Also quasi LED-Strips selbst zusammen, ähm, auseinanderschneiden, aufkleben, löten, machen, tun und so weiter. Und im Grunde genommen zeigt der Typ da im Video exakt genau das, was ich suche. Ja. Aber ich bin halt absolut nicht der Näher, Kleber, Bastler und Einkaufssucher und was brauche ich jetzt alles und so. Das ist so, wenn ich jetzt irgendjemand berufen fühlen, ja, nimmt mal Kontakt mit mir auf. Ähm, ich hätte sehr konkrete Anforderungen. Ähm, vielleicht kriegen wir da was hin. DIY-Perks ist auch der, äh, der Kanal, da haben wir mal über ein Video gesprochen. Der hat aus diesem Backlight von einem LCD-Monitor und den entsprechenden Diffusoren hat der ein Fensterlicht gebaut. Erinnerst du dich? Der hat dann so ein Licht gebaut, was dann also eine große Fläche ist, so, weil dieser Monitor auch entsprechend groß. Und, ähm, diese, diese Diffusoren, die davor sind, beziehungsweise linsenartige Systeme, ähm, haben dann dafür gesorgt, dass der Lichtabfall eben nicht stattfindet, wie er normalerweise stattfindet, sondern dass es von nah und fern ungefähr gleich hell geblieben ist. Und da habe ich sehr gestaunt, ja. Damit hast du dann sowas, was tatsächlich sich wie so ein, also der hat das dann in so ein Fenster reingebaut und das sah aus wie waschechtes Fensterlicht. Das ist sehr geil gewesen, ja. Nun gut. Nice. Ja, noch was Nices übrigens. Ja, oh, ja. Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung. Das musst du einhalten. Jawohl, ich leite ein. Wir werden wieder unterstützt von enjoyyourcamera.com. Das sind die mit dem Fotozubehör. Und, ach ne, warte mal, ich muss hier den Werbebanner, ah, genau, Werbung. Hallo, der muss gekennzeichnet sein. Ja, 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 da, da oben, da. Alles muss, alles mit Rechendingen zu gehen, ja. Und wir werden von dem wieder unterstützt. Das sind die mit dem Fotozubehör. Fünf Prozent auf die Bestellung mit Gutschein Happy Shooting 2020. Und, ja, wir haben es ja immer wieder Produkte, wo dann, wo dann enjoyyourcamera sagt, hey, da könntet ihr mal in der Sendung drüber reden. Und dann haben wir aber auch diese Wunschliste. Und da packen wir Sachen drauf aus deren, von deren Website, wo wir sagen, oh, das würden wir uns doch gerne nochmal hier angucken. Weil sinnvoll, wichtig und irgendwie aus, einfach aus Neugier manchmal. Und, äh, dies ist jetzt wieder so ein Wunschlistenprodukt. Und da geht es um den Quinox Reflektor und Hintergrundhalter mit Spigottanschluss und Kugelgelenk. Auch das läuft wieder von der Zunge. Und, ähm, ich mach mal dein Bild etwas größer. Du hast dann nämlich tatsächlich, äh, wir haben hier Live, Live-Videoschalte auf, äh, Boris' iPhone. Ähm, ja, was ist das? Das ist ein Reflektorhalter. Das heißt, wer einen Reflektor hat und, sorry, aber jeder, der zu Hause so mit, mit Reflektoren ein bisschen arbeitet. Du hast nicht immer jemanden, der das Ding hält. Und so ein Reflektorhalter ist wirklich unabdingbar. Und der lässt sich in der Länge verstellen, hat so eine Teleskopstange drin. Und man kann dann diese Pop-Up-Reflektoren da eben reinklemmen. Und das Ganze passt dann auf ein ganz normales Lichtstativ drauf. Und das lässt sich in quasi jeder Bewegung durch so einen Neigerkopf dann in jeder Richtung, äh, fixieren. Und damit hat man einen, äh, günstigen Helfershelfer, der einem dann den Reflektor hält. Und das Ganze geht hier für Reflektoren bis zu 160 Zentimeter. Also ordentliche Größe. Das ist sehr, sehr flexibel. Ähm, der Klemmmechanismus ist, also da muss man nichts lernen. Das macht man einfach. Das passt einfach. Und hat eben dieses doppelte Kugelgelenk mit so einem 5,8 Zoll Spigott. Also so einen Anschluss für, äh, für Lichtstative. Ne? Tja, und wie man sieht, ich benutze das Ding hier aktiv. Hab nämlich den Reflektor da dran gemacht, der hier von der Seite mein Gesicht ein bisschen aufbaut. Aufhält. Und als ich den das erste Mal ausgepackt habe, habe ich gedacht, oh, haue, haue, ha, da ist aber ein ganz schöner Klopper. Da ist ja auch nochmal so ein Teleskop. Ne? Also man kann das von der Länge her eben auch an sehr, sehr große Reflektoren anpassen. Bei noch längeren, also bei sehr rechteckigen Reflektoren, bei sehr langen Reflektoren muss man eben dann die kurze Seite damit greifen. Aber das geht schon ganz schön weit auseinander. 1,60 Meter, ja. Ja, und die Klemmen, die da dran sind, also um dann eben an diesen Metallrahmen von dem Reflektor ranzugreifen, die haben richtig ordentlich Zug. Also da muss man auch beherzt zudrücken, um den zu öffnen quasi. Und dann krallen die sich da richtig an diesen Rahmen fest. Das heißt, da rutscht auch nichts raus. Und ich hatte erst ein bisschen Befürchtung, dass das auf einem, ich habe das auf einem Lichtstativ montiert, dass das Ganze kopflastig wird. Weil das ist ja so ein richtig, so ein Hebel, der halt raushängt. Weil du willst ja auch nicht das Stativ im Bild haben, sondern willst ja einen Reflektor irgendwo hinhalten. Aber dadurch, dass die Reflektoren einfach nicht so wahnsinnig schwer sind, ist das echt gut. Also bei Wind musst du natürlich das Stativ beschweren. Das ist klar, das gilt aber für jeden Lichtformat. Ja, das ist ein Segel dann, ganz klar. Das ist ein Segel, logisch. Das ist ja nun kein Wunder. Aber hier bei mir jetzt hier im Büro, als Aufheller im Studio hier, das ist Wahnsinn. Und du kriegst das, also du machst diesen einen hebellose und hast alle Achsen offen in Bewegung. Kannst das schwenken, klappen, kippen, bisschen rauf, kippen, runter, kippen. Und du kannst sofort sehen, wo kommt das Licht hin. Und wenn du es hast, dann ziehst du diesen einen Hebel fest und alle Achsen sind arretiert. Das Ding steht exakt so, wie du es losgelassen hast. Das ist so genial gewesen hier bei mir für das Lichtsetup zum Einrichten. Auch schon bevor ich jetzt das große Hauptlicht hier hatte, habe ich ja einfach mein Bürolicht genommen und war in der Lage dann sehr schnell mit dem Reflektor das von oben von der Decke nochmal ein bisschen von der Seite bouncen zu lassen als Aufheller. Bombe. Also ich finde das Ding richtig toll. Ich finde das absolut unabdingbar. Ich finde das so toll. Man braucht sowas. Dieses hier, wir kriegen ja immer viele Sachen, also manches müssen wir zurückschicken. Die sehr kostenspiegeligen Sachen, die dürfen wir ausprobieren und vorstellen. Und dann müssen wir sie leider zurückschicken. Oder wir kaufen sie dann halt. Auch das passiert, ja. Das passiert schon mal, ja. Zum Beispiel das Licht, was da hinten mich gerade aufhält. Oder aber es sind Sachen, die wir verlosen oder behalten dürfen. Und in der Regel behalten wir halt nicht, sondern verlosen, weil das seid ja schließlich ihr, wir machen das ja für euch. Diesen hier, den werde ich nicht mehr abmontieren. Der bleibt da. Ich werde ihn trotzdem verlosen. Das werde ich jetzt zum zweiten Mal machen. Also wenn wir daran kommen, dass wir das Ding verlosen, dann wirst du einen nagelneuen von Enjoy Camera auf meine Kosten zugeschickt bekommen. Den kaufe ich für dich, weil den behalte ich. Das ist einfacher mit dem Kaufen, als wenn ich jetzt den verschicke und dann, weißt du? Sehr, sehr cool. Das Ding kostet 35 Euro. 34,99 Euro. Das ist ein No-Brainer. Absoluter No-Brainer, wenn man einen Reflektor hat und einen Lichtstativ und so ein bisschen. Man spart Lichtquellen damit. Ganz einfach, ne? Aufhellen mit einem Reflektor geht meistens. Nein, das ist ein No-Brainer. Genauso gut. Wenn du noch keinen Reflektor hast, trotzdem kaufen, irgendwann wirst du einen Reflektor haben. Wenn du noch kein Lichtstativ hast, trotzdem kaufen, irgendwann wirst du einen Lichtstativ haben. Sehr schön. Ja, das ist es mit Enjoy Camera. Und wie gesagt, 5% auf die Bestellung mit dem Gutscheincode HAPPYSHOOTING2020. Und wir sagen ganz herzlich Dankeschön. Sehr, sehr cool. So, Dillé, wir haben ... Ich muss gerade ... Lass mal schauen. Ja, ich gucke gerade mal im Slack. Ich habe leider aufgrund meines Lichtsetups völlig vergessen. Ach so, es gab von Andi ein Feedback noch mal zu der Selfie-Drucker-Geschichte. Da hatten wir die Frage eines Hörers, der regelmäßig Flecken hat. So mehrere Millimeter groß. Andi sagt, eine Anmerkung zum Selfie-Drucker. Ich nutze meinen Drucker sehr sporadisch und immer im einsatzbereiten Zustand ohne Probleme. Potenziell eingestaubtes Papier verursacht keine Flecken. Ja. Ich würde von einem Gerätemangel ausgehen. Das haben wir ja gesagt. Und Michael bestätigt das, same here. Alle ein paar Monate mal ein Bild, keine Flecken. Also wahrscheinlich wirklich ein Defekt. Mhm. Verrückt. Gut, nö. Geräte können auch mal kaputt sein. Jetzt, tja. Jetzt hingehen und zum Händler gehen und sagen, du, Happy Shooting hat gesagt. Thomas fragt, etwas off-topic vielleicht, aber wie viele Hörer-Abonnenten haben wir eigentlich? Also im Podcast. Das lässt sich gar nicht so auf die Zahl sagen. Es gibt ja keinen Abonnentenzähler. Es gibt einen Downloadzähler. Wir haben einen Feed, also den RSS-Feed. Das ist eine Downloadquelle. Und das ist der Heuschnupfen jetzt. Ähm, und dieser Feed wird von, äh, von Clients, ja, gerefresht sozusagen. Und da gibt es dann bei, bei Feedpress, wo wir den Feed, ähm, hosten lassen, gibt es dann so eine Heuristik, die dann versucht rauszukriegen, wie viele das sind. Und da, da stehen irgendwas von ein paar 30.000 drin, irgendwie so 35.000 oder sowas. Ähm, aber das ist nicht gleich Hörerzahlen. Hörerzahlen und dann haben wir Downloads und diese Downloads, äh, müssen auch wieder entsprechend processed werden, weil ein Download von einem Client durchaus in 5, 6, 7, 8 Schnipsel verpackt wird. Also sprich, da wird nicht einmal ein Download gemacht, sondern da wird, um eine Datei schneller runterzuladen, wird die quasi parallel in 8 Schnipseln runtergeladen und dann lokal wieder zusammengebaut. Das heißt, äh, da muss man auch wieder mit Heuristiken arbeiten, welche Clients das machen, ähm, wie die das machen. Dann gibt es mittlerweile ja Happy Shooting fast überall, also ihr könnt ja Happy Shooting auch auf, äh, TuneIn hören oder auf Spotify oder sonst wo. Äh, da sind die Daten auch nicht wirklich zuverlässig und die muss man noch draufzählen. Also, ich sag mal so, gefühlt, äh, gefühlt und, äh, aus dem Bauch raus sind es, ähm, vermutlich so um die 40.000, äh, Downloads im Monat. Aber das ist, wie gesagt, nur so. Plus, minus. Plus, minus. Aber es kommt dann ja auch auf ein paar Tausend nicht an, sondern es kommt auf dich an. Du, dich, der da gerade zuguckt. Richtig. Und du, der da gerade zuhörst, auf dich kommt es auch an. Hahaha. Ne, ist ohne Scheiß so. Ja, natürlich. Also, ich würde das nicht machen, wenn da niemand... Wenn ich hier gegen eine Wand drehe, muss ich das nicht machen. Genau, wenn da niemand zuhören würde. Was, weshalb ich es übrigens auch total geil finde, dass hier parallel der Chat läuft, dass da Leute so... Das ist so geil. ...schlaue Bemerkungen von der Seite bringen, dass wir jetzt, äh, die Sache mit dem Video machen, weil da kommen ja noch mal ganz neue Leute mit rein. Also, es macht, es macht einfach total Spaß. Ich hoffe, das merkt man auch, dass wir da Spaß dran haben. Dass wir das nicht einfach nur so, äh, Geldknecht mäßig machen. Das wäre, das wäre, das wäre irgendwie das falsche Ziel. Genau. Tja. Wir haben Termine. Wir haben Termine. Oh, das Termine. Der Termin kann rennen da. Tting, 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 tting. Demnächst dann auch mit Video-Gingles. Die Ttings fangen wir nicht auch noch an. Der Sven Tetzlaff hat uns eine Veranstaltung im Max-Samuel-Haus in Rostock geschickt. Vom 8.6. bis zum 13.10. Das gelobte Land der Moderne. Gustav Dahlmann hielt nicht viel von Knipsern. Wenn der deutsche Palästina-Kundler ab 1899 zwischen Aleppo und Alexandria unterwegs war, ließ er sich Zeit. Er beobachtete, griff zum Notizbuch und zur Kamera, sachlich, stilvoll, immer auf Augenhöhe mit seinem Gegenüber, sei es nun ein Mensch oder ein Klappspaten. Bis zu seinem Tod im Jahr 1941 sammelte Dahlmann rund 20.000 eigene und fremde Fotografien einer Kulturlandschaft auf dem Sprung zur Moderne. Das klingt doch schon mal spannend. Wie gesagt, in Rostock im Max-Samuel-Haus, wie die das regeln mit Virenschutz, müsst ihr dann selber gucken. Und dann haben wir noch einen Hinweis bekommen von Markus. Der sagt, es war online und es gibt eine Aufzeichnung auf YouTube. Also es ist ein Link auf YouTube. Und zwar geht es um den Titel Naturwunder Erde mit Naturfotograf Markus Maute aus Brasilien. Markus Maute ist ein bekannter Naturfotograf, der gemeinsam mit Greenpeace Info-Veranstaltungen macht dieses Mal online. Er zeigt beeindruckende Bilder und setzt sich besonders engagiert für Natur und Klima ein. So, diese Termine findet ihr jetzt natürlich wie immer auch im Terminkalender auf happyshooting.de slash Terminkalender. Und solltet ihr Fototermine für uns haben, dann werft die uns da bitte rein. Gibt es ein schönes Formular und dann kann man die eintragen. Online, virtuell, vor Ort, wie auch immer. Termine freuen uns hier immer. Tolle Sache. Ja. Herrlich, herrlich, herrlich. Haben wir eine neue Aufgabe? Wir haben nach einer neuen Aufgabe gefragt, bevor wir mit dieser Sendung angefangen haben. Wer findet sie schneller? Klar, bei der, ich habe sie schon notiert. Ach, sehr schön. Bei der Folge 666 ist es natürlich das Thema teuflisch geworden. Ja, teuflisch ist die Aufgabe. Das bedeutet, vom 25.06. bis zum 9.07. diesen Jahres macht ihr ein neues Foto. Also vom 25. Juni bis zum 9. Juli diesen Jahres ein neues Foto zum Thema teuflisch. Wie interpretiert ihr den Begriff teuflisch? Dieses Foto ladet ihr dann bei Flickr hoch, stellt es dort in die Happy-Shooting-Gruppe und vergebt den Tag hs-teuflisch. Hs-teuflisch. Einfach alles zusammenschreiben. Kein Hash-Symbol davor. Einfach nur hs-teuflisch in das Tag-Feld. Dann kommt das schon an. Landet in der Verlosung und mal gucken, was wir dann verlosen. Ob das ein Pixel-Pocket-Rocket wird oder ob das ein heute gezeigter Halter wird oder etwas völlig anderes. Wir werden es sehen. Ich freue mich gerade, weil ich, also es sind ja parallel hier Shownoterinnen und Shownoter zugange, die jetzt, den ich immer wieder links über den Zaun werfe aus unseren Dokumenten und die dann da auch was Schönes dazu formulieren und so weiter. Und ich mache hier mal ganz kurz den Blick auf den Browser. Die haben nämlich jetzt im internen Shownoter-Dokument, haben sie jetzt eine brennende 666 als GIF reingemacht. Wie geil ist das denn? Weil, ja, weil es halt einfach irgendwie zum Thema passt. Weil sie es können. Sehr schön, weil sie es können. Also hier wird Spaß gehabt. Das ist übrigens auch immer noch, also sollte jemand Bock haben, hier beim Shownoten mitmachen zu wollen. Egal, ob ihr jetzt unter die Audio-Folge in eurem Podcatcher schaut oder ob ihr auf YouTube drunter schaut. Da seht ihr so ganz viele, ja, im Prinzip das, was wir gesagt haben in Kurzform mit Links und so weiter, das machen die Shownoter und Shownoterinnen und die sind hier live quasi nebenher, haben hier einen ganz besonderen, hochgeheimen Shownoter-Kanal, um sich da zu koordinieren. Und es ist immer wieder klasse, dass das so toll funktioniert und wir freuen uns. Und wie ihr seht, gibt es da auch viel Spaß zu haben. Also wer da mitmachen möchte, einfach mal melden. Vielleicht können wir da was vermitteln. Aber die lassen nicht jeden ein. Also Vorsicht, ne? Stark, stark, stark. Finde ich gut. Und ja, dann sind wir jetzt am Ende der Sendung. 666, vielen Dank wieder mal an alle, die hier rumbasteln, stellvertretend Shownoter, aber auch alle anderen. Wir haben hier immer einen Höllenspaß und ja, da habt ihr ganz viel dazu beizutragen und tut das auch. Das Alpaka sagt auch. Dankeschön. Das Alpaka-Moment, dann komme ich aber hier noch mit dem. Was ist das? Ein Snowlax? Ein Snowlax ist das. Ich weiß nicht, wie er wieder auf Deutsch heißt. Es ist ein Pokémon. Ähm, ja. Pokémon. Es reicht. Drei. Zwei. Zwei. Happy Shooting. Happy Shooting. Versteht eh keiner. Gut, dann winken wir jetzt nochmal. Bye, bye. Und dann mache ich hier das Recording aus. Tschüss. Bye, bye. Tschüss. Gut. Ein Recording. Dann werde ich das mal kurz remuxen. Mux, mux, mux. Herrlich. So, was haben wir denn? Ach, sind nur 3,6 GB geworden. Geht ja. Remux. Rödel, 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 rödel. Alpakas sind klasse, David. Wir haben, äh, Mone und ich haben in Neuseeland irgendwie verschiedene Alpaka, ähm, Arten gesehen. Ach, auch verschiedene? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Es gibt eine Alpaka-Art, die hat Rasterlocken. Ich muss mal schauen, ob ich da mal auf die Schnelle ein Foto finde. Schauen, wie gut. Unser Pferd hat auch manchmal Rasterlocken, aber das hat andere Gründe. Äh, Alpaka finde ich natürlich nicht. Äh, Lama, nee, natürlich auch nicht. New Zealand, das ist, nee, das ist ein normales Alpaka. Da, ich versuche das mal eben kurz in den Kanal zu werfen. Also, Slacker wissen mehr. Da, Alpakas. Rasterlocken. Absolut Hammer gut. Äh. Was wähle ich denn jetzt? Was haben wir denn? Die, Herr Wester, habe ich schon mal gar nicht gehalten werden. Ne, Burger-Menü, wenn ja, aber nicht. Du hast mir eher drei. Nee, Herr Kleber-Bastler. Irgendwas so richtig da haben. Es kommt auf dich an. Ähm, ist übrigens irgendjemand aufgefallen, dass ich in dieser Folge sehr schön immer in die Kamera geguckt habe? Mhm. Mhm. 4K-Projektor-Link fehlt. Okay, kommt, kommt, kommt. Kommt, 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 kommt. Wo habe ich denn denn? Äh, Moment. Da ist er. YouTube-Link landet jetzt in meiner Dropzone. Was da viel drüber? Da, ich muss da immer so lang scrollen. Wir könnten vielleicht mal die Dropzone irgendwie nach ganz unten oder ganz oben machen, damit ich nicht immer suchen muss. Weil das ist tatsächlich neben Sendung machen, parallel ist das immer schwierig. Wenn ich da einfach ganz nach, vielleicht ganz nach unten scrollen könnte. Dann, ähm, täte, täte mir das helfen. Kann, kann mal jemand umbauen, bitte? Danke. Du lachst? Ach, ich mach immer, immer den falschen Knopf hier heute. Aber nicht, nicht den, nicht den mit dem kleinen Mülleimerchen drauf, bitte. Boris, lass das. Lass das. Ah, Dropzone ist schon unten. Super. Das muss ich mir jetzt, da muss ich mich jetzt noch nächste Woche dran erinnern. Nicht, dass ich die dann suche. Das ist Altgewohnheiten. Sterben langsam. Ah, so, ähm, lass mal schauen. Hat der Stream gut durchgehalten? Ja, ich glaube schon. Exzellent. Stream Status. Ja. Ich bin, das, also heute war es auch deutlich entspannter als letztes Mal. Letztes Mal war es ja echt sehr, sehr hektisch für mich. Aber heute haben wir auch das mit dem Sound endlich im Griff gehabt. Und ich bin sehr froh. Streich mal das endlich und sagen, heute hatten wir das mit dem Sound im Griff. Okay, heute hatten wir das mit dem Sound im Griff. Was das am nächsten Mal noch so ist. Und ich hab das jetzt mit dem in die Kamera gucken im Griff. Mhm. Schon mal nicht schlecht. Es sind alles Tricks herein, aber es funktioniert. Ich hab schon mal ein bisschen besseres Licht, aber es fehlt nicht. Ich muss mal. Ach, Licht ist doch überbewertet, Boris. Ich glaube, ich hol mir so eine Edison-Birne hier hinten hin. Ich glaube, das fände ich schick. Und dann schreibt es. Naja, Licht ist überbewertet. Auf dem Drucker. Hier ist, hier ist, also hier könntest du stehen. Na, ich hab ja, ich hab ja hier da hinten das, das On-Air-Schild, was ich mir mal gebaut habe. Das ist ja, das ist ja was ganz Besonderes, weil es war einfach nur so als, als LED-Panel. Und ich hab ja dann damals, ich glaube, Jochen hat mir geholfen, da so einen Regler zu finden, mit dem ich das dann ein bisschen runterdimmen konnte und auf USB umbauen konnte. Und das ist jetzt tatsächlich ... Und den Schriftzug habe ich ausgeschnitten und aufgeklebt und so weiter. Cool. Ja, vielleicht muss ich mich mit Jochen mal zusammentun wegen LED-Panels. Ich meine, ich hab jetzt LED-Panels, aber sie sind halt zu hell. Also eigentlich würde ich die wieder zurückschicken, weil die doch sehr hell sind. Moment mal. Jetzt muss ich gerade mal kurz mit den Shownoten reden. In der Preview gibt es ein Inhaltsverzeichnis. Äh. Wie komme ich denn da ran? Weil ich brauche ja die ... Oh, wir haben schon einen Titel. Ich brauche ja die linke Seite, äh, da, da, äh, das schwarze Ding.